Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast. Mein Name ist René Außerdem, Mitarbeiter Dennis. Ja, servus, hallo. Und ein leicht verschnupfter Marvin. Leicht ist leicht untertrieben, aber hallo. Leicht verschnupft, klingt so, als wäre der Marvin irgendwie traurig oder sowas. Marvin ist total gut drauf, er ist einfach leider ein bisschen krank. Okay, dann ist er leider leicht ein bisschen krank. Genau, die Frau Alex war heute auch eingeplant, die ist leider leicht ein bisschen mehr krank. Deswegen liegt die jetzt ohne Stimme nach dem Augsburg-Spiel zu Hause. Da gab es ja auch genügend, über das man sich laut freuen konnte. Genauer gesagt, fünf Tore auf unserer Seite, die im Vorfeld, glaube ich, keiner so richtig wahrgenommen hat. Erst recht nicht gegen Augsburg, die ja in den letzten Spielen so ein bisschen unser, ja, Angstgegner will ich jetzt nicht sagen. Aber wir hatten wenig Glück in letzter Zeit gegen Augsburg. Formulieren wir es doch vielleicht mal so. Silber durfte weiterhin im Sturm ran und wie wir es in letzter Woche so ein bisschen prophezeit haben, kriegt der Herr Ilsanke direkt mal einen Starteinsatz auf der Position, wo Hasebe letzte Woche so ein bisschen unterwegs war und der Herr Khor war von Anfang an für So unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so am Anfang, ich war ja so ein bisschen angespannt und wie Augsburg da loslegte und Trapp das erste Mal in der, was war es, neunten, zehnten Minute, da diesen Schuss von Vargas da ablockte, dachte ich schon so, hui, hui, hui. Torlos geht das heute nicht zu Ende, aber ob das zu unseren Gunsten ausgeht, da bin ich mir echt nicht sicher. Also da war ich mehr Pessimist als alles andere. Also gerade die Anfangshalbestunde, fand ich, haben wir wieder so ein bisschen, gebraucht ins Spiel zu kommen jetzt nicht, aber wir haben, fand ich, so ein bisschen sehr taktiert. Wir waren so ein bisschen sehr erst mal auf Beobachten aus, oder? Kam das mir nur so vor. Ja, auf Beobachten definitiv, aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich den ersten, ich hatte jetzt keine wirkliche Angst, du hast gemerkt, gut, Kevin Trapp ist gut dabei. Das war natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass er dieses eine, also der hat ja drei wirklich richtig gute Paraden in diesem Spiel gehabt und natürlich hält er in der neunten Minute extrem wichtig das Unentschieden fest. Ich hatte eigentlich so bis zur 20. oder 25. Minute eher so das Gefühl, okay, das könnte hier so 0-0 werden, ja, weil auch richtig aggressiv war jetzt Augsburg auch nicht. Die haben richtig aggressiv nicht, aber sie hatten so ein paar Chancen, die schon zwingender waren als das, was wir an der Stelle erst mal bis dahin abgeliefert hatten. Ja, das ist klar, aber ich hatte dann bis dahin irgendwie so das Gefühl, okay, das wird hier so ein Ein-Punkte-Spiel, naja, ganz relaxed. Ich hatte dann auch nicht wirklich damit gerechnet, dass es in dieser Art und Weise, wie es dann später weiterging, dann wirklich nach oben eskaliert ist. Freut mich natürlich umso mehr, aber am Anfang war es so ein bisschen für mich so ein klassisches 0-0. Zum Glück hat die Eintracht dann aber irgendwann gedacht, naja, so mit dem 0-0, das wollen wir jetzt aber auch nicht. Auf jeden Fall bin ich voll bei euch. Ich muss auch wirklich sagen, was mir richtig gut gefallen hatte, war, dass die Spieler auch so ein bisschen, ja, immer besser mit der Zeit ins Spiel gekommen sind. Auch gerade im Core, die Vorbereitung zum 1-0 von Chandler war ja auch wirklich ein schöner Steckpass. Hat mir sehr gut gefallen, muss man wirklich sagen. Da muss ich auch wirklich sagen, dass endlich er mal bewiesen hat, dass er auch sein Geld wert sein kann. An Niveau, das war jetzt mal ein Spiel, wo ich sage, das ist was, da ärgere ich mich nicht zu sehr über die 9 Millionen. Ich ärgere mich immer noch massivst, weil ich es immer über weite Strecken noch nicht erkannt habe. Aber es macht für mich zumindest Hoffnung, dass er so langsam auch seine Stellung, sein Gefüge, seine Spielintelligenz ein bisschen findet. Und das muss ich wirklich sagen, war für mich einer der Punkte, wo ich sage, natürlich neben den Namen Chandler, Kostic, die natürlich hier sehr, sehr gut gespielt haben, war das für mich einer der Matchwinner. Trapp habt ihr auch schon genannt. Natürlich am Anfang war super wichtig, dass er die Bälle festhält und diesen sicheren Rückhalt gibt. Es waren ja wirklich drei, vier Großchancen für Augsburg, die dann auch schnell, ich sage mal, das Spiel hätten schon in eine blöde Richtung treiben können. Aber so muss ich wirklich sagen, hat mir sehr gut gefallen, dass einfach diese Qualität im Kader mal erkennbar war. Und dementsprechend haben wir am Ende auch, finde ich, verdient gewonnen. Ja, gerade bei dem 1-0, also wie du schon sagst, der Score, der hat ja schon reichlich Platz. Der läuft ja schon quasi hinter der eigenen Hälfte los und hat genügend Möglichkeit, da sich das auszugucken, um dann auch diesen Passweg zu erkennen. Aber auch, dass Chandler einfach dann sagt von wegen so, komm, spiel mal hier einen Lauf und sich da irgendwie wegstiehlt. Also war schon sehr schön gemacht. Damit ist er natürlich jetzt auch so ein bisschen verbunden, nicht nur mit dem 1-0, sondern auch mit dem 2-0, was er dann auch Chandler gemacht hat nach der Pause, was ja entstanden ist durch eine Ecke, wo er dann da am ersten Pfosten schon auch so ein bisschen sehr frei eigentlich an den Ball kommt. Aber trotzdem diesen Kopfball auch sehr gekonnt, da mit viel Wucht unter die Latte nagelt. Der Torwart muss natürlich da schon auch eigentlich besser reagieren. Das ist so ein Ding, das finde ich... Steht er ja eigentlich auch. Genau. Ja, also wenn du schon mal... Aber finde ich geil. Finde ich geil, dass wir das einfach ausgenutzt haben. Super geil. Ja, ja. Erstmal Standard, was wir ja letzte Woche schon gesagt haben. Wir müssen halt auch so ein bisschen über Standards gehen und da so ein bisschen mehr draus machen. Das haben wir gemacht. Und dann macht der Chandler da auch noch zwei Tore, wo wir uns in der letzten Woche noch so ein bisschen darüber beschwert haben, dass wir ihn für diese Position des Rechtsaußen Rechtsaußen so ein bisschen ungeeignet finden. Nee, also ich glaube... Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass wir gesagt haben, dass er ungeeignet ist. Sondern wir haben nur gesagt, dass du hättest halt da auf jeden Fall noch nachbessern müssen. Okay, ich formuliere es anders. Er wäre jetzt... Und dabei würde ich theoretisch auch bleiben, auch wenn ich es geil finde, weil er da zwei Tore macht. Er ist für mich nach wie vor für die Position nicht die erste Wahl. Aber was ja feststeht, und da brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr großartig dann am Ende darüber rumzudiskutieren, ist, wir haben jetzt keine Alternative wirklich. Und von daher müssen wir jetzt einfach mit einem Chandler oder gelegentlich mit einem Da Costa auf der Position jetzt halt einfach leben. Da kommen wir jetzt oder so nicht mehr dran rum. Nee, und ich meine, er macht es halt absolut gut. Also ich meine, er bestraft uns da natürlich auch Lügen. Und das ist auch vollkommen super. Ein Spieler, der... Ja, wahrscheinlich niemand hätte das gedacht, dass er in dieser Rückrunde so eine Leistung zeigt. Ich meine, wir dürfen auch nicht vernachlässigen. Chandler ist auch wirklich eine getroffene Runde, auch Jahre schon immer wieder gewesen, hat eine schwere Verletzung gehabt, ist überhaupt da wieder zurückgekehrt, wo viele gedacht haben, oh Gott, wie viele Spiele macht der überhaupt noch? Und dass er dann in dieser Art und Weise wieder zurückkommt und jetzt in einem rechten Mittelfeld dann auch noch dementsprechend seine Offensivqualitäten entdeckt, das ist wunderbar, das freut mich für ihn. Du hast gesagt, ich denke halt, es wäre trotzdem nicht verkehrt gewesen, auf der rechten Mittelfeldposition noch alternativ jemanden gehabt zu haben oder jemanden zu haben, der über große Fähigkeiten auch verfügt. Aber im Endeffekt muss man sagen, wir fahren jetzt damit und aktuell fahren wir gut damit. Und von mir aus kann er uns immer jede Woche Lügen strafen. Und wenn er weiter zwei Tore schießt pro Tag, pro Spieltag, habe ich damit dann auch kein Problem. Also er wird zu dieser Nummer und insofern ist es eine gute Sache. Ich freue mich sehr für Timmy, der seinen zweiten Frühling erlebt, vielleicht ist es schon sein dritter Frühling, aber das ist natürlich eine herausragende Nummer und ich glaube, als Frankfurter Bub ist das natürlich auch eine richtig geile Kiste. Ja, wie du schon sagst, einfach mit der Historie, die er da hat, kann man sich jetzt eigentlich momentan doppelt für ihn freuen, dass er da jetzt gerade diesen Erfolg hat. Zwei Punkte hätte ich dazu noch. Marvin, willst du erst weitermann? Naja, ich wollte halt sagen, klar, wir reden hier über das 1-0 und das ist der wichtige Dosenöffner gewesen. Danach gab es noch eine Chance, glaube ich, die ich in Erinnerung hatte, wo er erneut Trapp eingreifen muss und das auch wieder gut gemacht hat, wie für mich ist Trapp so ein bisschen... Das war doch nach der Ecke, wo er das Ding dann quasi schon von der Linie dann da mit dem Fuß noch wegholt, meinst du? Ja, genau. Das war krass. Der Torhüter Kevin Trapp ist halt im Endeffekt, ohne dass ich überhaupt sagen würde, dass einer der Vertreter es schlecht gemacht haben, gar nicht. Renaud war in der Zeit, in der er der Torhüter war und eingesprungen ist, auch eine richtig gute Nummer. Ich kann auch Renaud nicht genug dafür loben, wie gut er eingesprungen ist. Das muss man auch mal festhalten, dass so viele Leute an ihm Zweifel haben, gedacht haben, oh Gott, oh Gott, ob das was wird. Das hat er super gemacht. Aber mit Kevin Trapp kommt hier nochmal ein bisschen ein anderes Spirit rein. Ich glaube, er ist ganz, ganz wichtig, essenziell für die Rückbesinnung dieses Teams, für das Zusammenhalten und auch schreit wahrscheinlich im rechten Moment, schreitet er ein, schreit seine Leute zusammen und so weiter und so fort und hält diesen Laden mit diesen besonderen Paraden, die er auch gegen Augsburg wieder gezeigt hat, einfach am Laufen. Und er ist der Schlüssel dafür, dass das überhaupt erst in eine positive Richtung gehen konnte. Das hast du gemerkt. Hätte einer dieser Dinger drin gewesen, wäre das Spiel vielleicht anders ausgegelangen. So ist es nicht der Fall gewesen. Er sorgt dafür, dass wir mehr Sicherheit bekommen, dass der Kasten hinten sauber bleibt. Und dann, und das macht die Eintracht enorm gut, direkt nach der Pause geht sie weiter auf das 2 zu 0. Direkt nach dem Anpfiff voller Sturmlauf, Chandler 2 zu 0 und dann innerhalb von wenigen Minuten auch noch das 3 zu 0 mit Silver, der erneut trifft, was mich sehr freut für ihn, der schon gegen Leipzig gezeigt hat, dass er irgendwie ein bisschen besser bei der Eintracht gerade im Spiel ist und dann mit dem 3 zu 0, das freut mich wirklich für Silver, dass er in einer Woche sich da so rangekämpft hat, macht Bastost, den viele da auf dieser Position gesehen haben, fast vergessen und dann sind wir richtig im Flown. Ja, gerade wie du schon sagst, auch bei dem 3 zu 0, nicht nur, dass Silver eben da auch die Qualität hat, sondern ich fand auch die Einleitung, des Ganzen durch einen Gacinovic, wo ja eigentlich auch so ein bisschen fraglich war, wie lange der in der zweiten Halbzeit da überhaupt auf dem Platz ist, nachdem der ja quasi sich da in der Halbzeitpause so übergeben hat, der halt dann auch diesen Blick hat und diesen Pass in den Lauf von Kostic spielt, der halt auf dieser linken Außenbahn halt auch wieder total uneinholbar ist. Und dann hast du einen Silver, der in der Mitte schafft, sich von drei Abwehrspielern zu lösen und auf anderthalb Metern Entfernung halt einfach einen regentischen Platz hat und da zum Kopfball hochgeht. Also der Spielzug war schon echt sehr schön. Sehr gut, auf jeden Fall. Jetzt komme ich aber ganz kurz noch zu dem Punkt, den ich auch zu der Chandler-Geschichte noch sagen wollte. Nämlich das passt genau zu dem, was ihr sagt. Einmal natürlich die Stabilität durch Trapp bietet den ganzen Spielern auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr in die Offensive zu gehen. Jetzt kommt natürlich der wichtige Punkt. Wir hatten die ganzen Wochen ja auch darüber gesprochen. Ah, alles läuft nur über die linke Seite. Das ist zu. Die Mannschaften können sich darauf einstellen. Jetzt kommt eine Position rein, ein Chandler. Die Gegner kennen Chandler nicht als offensiven Rechtsaußen. Das heißt, er ist ein bisschen, ist was Neues. Die Mannschaften können sich nicht gut darauf einstellen. Das bietet einmal dem Chandler ordentlich Platz. Jetzt kommt aber das Beste, wenn du reagierst im Spiel, nicht lange Analysen und Sonstiges darüber machen kannst, sondern sagst, okay, ihr müsst jetzt mehr auf den aufpassen. Der ist gefährlich, der hat schon zwei Tore gemacht. Und das bietet natürlich dann auch Kostic wieder auf seiner Seite. Und ihr habt es gesagt, der Spielzug, Gasinovic, Kostic etc. Du siehst einfach, dass da ordentlich Platz, auf einmal Lücken auftun, die wir in weiteren Teilen jetzt lange Zeit nicht mehr gesehen haben, weil alle nur gesagt haben, wir müssen nur Kostic zustellen. Über rechts, da Kosta und so weiter, da geht eh nichts. Die könnt ihr spielen lassen, was ja leider auch über weite Teile so war. Und dementsprechend haben wir natürlich hier eine ganz neue Dynamik im Spiel. Chandler ist nicht nur ein wichtiger Spieler, weil er das super macht, sondern es ist auch wie beim Schach oder wie beim, was weiß ich, Football. Du wirst mal einen langen Pass und läufst nicht nur die ganze Zeit, damit auch mal, wenn du dann wieder läufst, auch wieder sich Lücken da auftun. Und das, finde ich, ist hier genau der Fall. Kostic hat dadurch wieder mehr Platz. Auch an Silva vorne hat einfach ein bisschen, es ist nicht alles so eng, es ist nicht alles so durchschaubar. Und das ist eigentlich das, was ich toll finde, durch diese Position Chandler, durch die Einwechslung von Chandler, die er auch super ausfüllt, weil er einfach Gefahr ins Spiel bringt. Und das war eigentlich nur der Punkt, den ich dazu noch sagen wollte. Das war, es bringt einfach ein bisschen mehr Variabilität rein und bringt den anderen Spielern einfach wieder ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Kreativität. Und Kostic, Leute, also was hat der wieder ein Megaspiel abgerissen? Ja, nicht nur das Spiel gegen Leipzig vorher, sondern jetzt auch gegen Augsburg. Einfach nur geil. Und das ist natürlich toll, wenn er sein Potenzial dann so abrufen kann. Kostic am Ende ja mit zwei vorbereiteten Toren und zwei eigenen Treffern. Wobei, den letzten hat er ja dem Herrn Paciencia dann vom Fuß geklaut. Naja, gut, er hat auch ein bisschen verdammelt tatsächlich. Ja, natürlich hat er auch ein bisschen verdattelt. Der stolpert da auch so ein bisschen über den Ball und Kostic kommt halt im Vollsprint von hinten an. Klar, wenn du siehst, da ist der Ball, da hinten ist das leere Tor, dann haust er da natürlich drauf. Also ist, glaube ich, ein relativ normaler Reflex. Ja, gehört halt schon dazu. Ja, was man auch noch dazu sagen muss, wir haben es eben angesprochen, na klar, Chandler gelobt, vollkommen zu Recht. Gacinovic haben wir angesprochen. Das ist für mich auch ein wichtiger, ja, wichtiger Punkt, dass man sieht, dass er sich besser in diese Mannschaft wieder eingefunden hat, dass er plötzlich zu einer souveränen Offensivkraft wurde. All das Potenzial, was er ja über Jahre hinweg natürlich auch gezeigt hat, im Ansatz zumindest, zeigt er zumindest zu Beginn der Rückrunde in einer guten Kontinuität, bei der ich mir auf eine Fortsetzung hoffe. Kostic, klar, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein Weltspieler tatsächlich, ist halt einer der Spieler, die auch in der Hinrunde, die wesentlich schwieriger lief, schon für Klasse gesorgt haben bei der Frankfurter Eintracht. Ohne, dass ich jetzt zu sehr auf die Personalbewertung noch eingehen will, will ich noch zwei Sachen sagen. Mir Ilsanke, der natürlich auch einen schwierigen Start hatte, ganz gut gefallen hat. Ich fand sein Zurückgehen in die Innenverteidigung, quasi als letzter Mann, hat mir teilweise echt gut gefallen, nachdem ja Abraham raus ist, Hasebe, der sehr gut ordnend ins Spiel kam, dafür reingegangen ist. Also ich habe sehr, sehr viele gute Sachen gesehen. Und am Ende, ja, jetzt muss ich es halt doch machen tatsächlich, wenn ich schon so viele Leute anspreche. Für mich das Kerngerüst des Erfolgs ist immer noch die Flügelzange, die defensive Flügelzange von Touré und Dicca. Beide geben ihren Vordermännern um Kostic und Chandler unglaublich viel Freiräume, weil sie defensiv die Sache sehr, sehr gut dicht halten. Dicca und Touré, die auch schon gegen den schwierigen Gegner aus Leipzig gezeigt haben, welche Qualitäten sie besitzen und auch zuvor. Das ist die Zukunft unserer defensiven Bemühungen, muss man sagen, mit Hinteregger, mal schauen, wer dann neben Hinteregger auf Dauer spielt vielleicht. Ich glaube nicht, dass Abraham noch ganz, ganz lange dort spielen wird. Das werden wir sehen. Aber im Wechsel tut es momentan sehr, sehr gut. Und ich denke, das ist wirklich der Motor, der das im Laufen hält und dann dementsprechend auch nach vorne trägt. Und dann können solche Runderspiele wie am Freitag dann passieren mit diesem Ergebnis, was natürlich hoch ist, in der Höhe aber nicht unverdient, weil, wie gesagt, ich will erneut klar machen, Augsburg hat, insbesondere in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr angeboten. Ja, vor allem in den letzten 10, 15 Minuten kam von denen gar nichts mehr. Ich würde gerne noch einmal kurz auf Ndika und Touré gehen, weil du den einen Teil für mich angesprochen hast, den zweiten aber nicht. In der Abwehr, total unbenommen, was ich aber auch bei beiden immer wieder feststelle, ist diese Spieleröffnung, die beide haben. Ndika, der den Blick für den Lauf von Kostic einfach auch hat und den immer wieder einfach auch schickt mit vernünftigen Pässen an der Außenlinie entlang und gerade auch am Freitag in Augsburg für den Treffer, für den ersten Treffer von Kostic kommt ja die Flanke, gut, die Rutsch passieren sehr durch, aber die Flanke kommt von Touré. Ja, also du merkst, dass beide, ich meine, wir haben bei Touré natürlich auch schon gesehen, er hat ja in dieser Rückserie auch schon ein Tor geschossen, dass er natürlich auch den Willen hat, sich offensiv einzuschalten, sofern das möglich ist, denn er sollte das auf alle Fälle gemacht werden. Ndika ist da noch ein bisschen zaghafter, aber beide haben die Qualitäten. Die müssen natürlich aber auch, Touré hatte diese Rolle schon öfter gespielt, bei Ndika ist es so, der muss da erst noch weiter reinkommen, aber das macht er halt aktuell richtig, richtig gut. Ganz ehrlich, die beiden sind für mich halt Gold wert. Deswegen kann ich das nicht genug jubelnd zur Kenntnis nehmen, weil die für mich im Endeffekt diesen Laden da hinten auch ein Stück weit zusammenhalten und da geht es halt nach vorne, du hast vollkommen recht. Die unterstützen ihre Vorderleute. Ich finde, das ist eine richtig runde Sache und das kann sogar noch besser werden. Ich will nicht, dass wir das überbewerten. Das hört sich jetzt blöd an. Wir haben 5-0 gewonnen und eine deutliche Ansage gegen den FC Augsburg, die wirklich ein bisschen unser Angstgegner waren, die uns nicht so liegen. Das war eine richtig gute Aussage. Es ist natürlich aber auch dadurch passiert, dass Augsburg überhaupt nichts angeboten hat. Das darf man hier nicht vernachlässigen. Aber die letzten Wochen insgesamt sprechen dafür, dass die Frankfurt-Eintracht diese Rückrunde mehr als gut angenommen hat, ist das Tal durchschritten, was sie zum Ende der Hinrunde hatten. Und das sind alles sehr, sehr gute Aspekte, die mich hoffen lassen, dass es so weitergeht, auch gegen Dortmund. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Was ich aber auch positiv hinzufügen muss, ist, dass ich, am besten ist ein Schiedsrichter immer dann, wenn du ihn gar nicht merkst. Und das war bei der Eintracht gegen Augsburg komplett der Fall. Eine souveräne Spielleitung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer der Schiedsrichter war. Müssten wir mal nachgucken. Aber solche Sachen ... Gräfe, oder? Ja, kann sein. Ja, genau, kann sein. Aber dass du ihn nicht ... Der ist nicht auffällig, sondern er lässt ein Spiel laufen. Sehr souverän. Keine Kleinigkeiten, die irgendwie nerven. Ja, war Gräfe. Er hat das Spiel nicht zerstört, sondern hat es belebt, dadurch, dass er klug das geleitet hat. Und das hat auch dazu geführt, dass der Spielfluss da war und ich glaube, uns trotz der kalten Temperaturen ordentlich warm war. Jetzt haben wir gerade eben ein Dicker und Touré angesprochen und ein Schändler, der da auf der Außenbahn unterwegs ist. So ein bisschen der Leidtragende in dem Ganzen ist ja gerade unser letztjähriger Dauerläufer da Costa. Ja, es ist tatsächlich so. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn der Wettbewerb so groß ist und du in der Verteidigung halt jemanden hast wie Touré, der so brilliert, dann gibt es halt auch keinen rationalen Grund, ihn auszuwechseln. Da Costa sagt ja selbst, dass er sich nicht im rechten Mittelfeld zieht. Es gibt keinen Grund für Schändler irgendwas als Substitut reinzunehmen. Insofern wird es schwierig, aber wir dürfen nicht nach fürnachlässigen. Die Rückrunde kann eventuell noch ganz schön lang werden mit dem Europa Cup. Im Europa Cup, wir sind im DFB-Pokal, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, eine Runde weiter. Da gibt es noch so viele Einsatzmöglichkeiten. Wenn er dann auf den Punkt motiviert ist, beziehungsweise motiviert, ich glaube, da brauchen wir eben sowieso nichts absprechen. Das ist ein super Junge, aber wenn er dann den Grip wiederfindet und reinkommt, dann kann er auch da zu einem Substitut werden. Andererseits kann man auch sagen, dass wir froh sind oder froh sein können, dass wir halt für einen Rechtsverteidiger diese Möglichkeit haben, dass wir sagen, okay, wenn Touré eben angeschlagen ist, kann da Costa rein. Das ist ja wichtig auch, dass wir diese Wechselmöglichkeiten überhaupt haben. Da habe ich eine Frage zu, Marvin. Du hast vorhin nämlich einen wichtigen Punkt, finde ich, angesprochen, nämlich Abraham, der wahrscheinlich, war jetzt auch die Problematik mit den Adduktoren schon wieder. Wir haben ansonsten ja auch auf der Position noch Hasebe, der eventuell Innenverteidigung spielen kann. Dann wird es aber ja auch hinten auch schon recht eng in der Innenverteidigung. Jetzt als Gedankenspiel, als Perspektive, ist für dich denkbar, Touré in die Mitte zu ziehen und einen Da Costa auf rechts spielen zu lassen? Oder sagst du, oh je, eigentlich müssen wir hier an der Stelle definitiv noch mal nachbessern, sobald wie möglich, um da in der Innenverteidigung auch noch adäquaten Ersatz für eben die, ja, ich sage jetzt mal, schon etwas älteren Spieler da, ja, sozusagen nachzubessern? Also ich bin gedanklich bei dir, will aber auch ganz klar festhalten, die Sache mit Nachbessung ist jetzt komplett abgelaufen. Die Transferperiode ist vorbei. Jetzt ist es möglich. Aber wir können uns jetzt auch keine Gedanken mehr darüber machen. Wichtig ist jetzt, dass die Eintracht, und es bringt auch jetzt nichts, irgendwelchen Dingen nachzutrauern oder so, Fakt ist, dass der Kader jetzt genauso bleibt bis zum Ende dieser Runde. Und ich glaube, er ist gut. Und er zeigt in der Rückrunde gerade, wie qualitativ hochwertig er sein kann. Sie kommen langsam wieder in ihren Trott, in ihr positiv gemeint. Sie haben einen Spirit. Und das Ding ist, wir haben es ja, das haben wir gleich gegen Hoffenheim schon angesprochen, das Wichtig ist, dass die kämpferische Einstellung stimmt. Die stimmt, und dann ist es auch erst mal zweitrangig, wie die Ergebnisse sind. Aktuell verdienen sie sich das. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Perspektivisch gesehen gebe ich dir natürlich recht, dass wir uns im Sommer vielleicht überlegen sollten, wer könnte die Position neben Hinteregger übernehmen. Ich fand ja das Planspiel, was wir zwischenzeitlich meinen Gedanken mit uns trugen bezüglich Valero sehr angenehm. Das hätte mir gut gefallen, wenn, stell dir mal vor, eine Abwehr mit Dika, Hinteregger, Valero und Touré. Alter Verwalter, das ist eine Bombenabwehr. Das ist eine Abwehr, die sich international sehen lassen kann. Ist anders gekommen, können wir nicht ändern. Wir haben mit Abraham einen richtig guten Innenverteidiger, der schon für richtig viel Qualität, also der lange Jahre Qualität bewiesen hat, nicht umsonst um sein Kapitän ist, aber natürlich auch in die Jahre kommt. Da wäre ein Substitut, auf jeden Fall zumindest als Ersatz so ein kleiner, weißt du, ganz ehrlich, am liebsten wäre es mir so ein 19, 20-jähriger Backup, der dann irgendwie Jungen seine Chance sucht, weißt du, da hätte ich voll Bock drauf. Vielleicht irgendjemand, der noch ein bisschen entwickelt werden kann, aber for the time being können wir dann im Zweifel sogar Ilzaka reinstellen, der ja gut geleistet hat. Wenn man mal so in Alternativen denkt, klar wird es dann so ein bisschen dünn, du hast einen Hasebe, der auf der Position vielleicht nicht so richtig spielen kann, aber zur Not eben auch. Ein Ilzaka wäre für mich eine Alternative, du kannst im Zweifelsfall ja auch überlegen, wenn es mal richtig schlecht läuft, dass du einen Durm als Linksverteidiger spielen lässt und einen Dicker und Hinteregger in der Mitte, also so ein bisschen Möglichkeiten haben wir da ja an der Stelle noch. Ja, ja, ja. Aber klar, wenn da jetzt einer verletzt ist und einer vielleicht noch irgendwie mit der fünften gelben Karte, dann wird es halt doch irgendwann die Personaldecke an der Stelle ein bisschen eng, zumindest in dem Moment, wo du mit der Viererkette da unterwegs bist. Also du siehst, wir können jetzt gerade so viele Spiele loben und das ist auch natürlich ein bisschen überschwänglich und das machen wir natürlich jetzt, aber auch nicht nur, ob das 5 zu 0, denn bis auf Düsseldorf war die Rückrunde Leistung insgesamt eine sehr imponierende und selbst Düsseldorf muss man ja auch sagen, kann man ja das auch mal verzeihen, gewisse Tiefs, vielleicht alles ressourcensparend, um dann in den Wochen, die nächste Woche daraus, um so mehr Leistung zu zeigen. Wie gesagt, wir haben ja Leipzig abgehandelt, wie wunderbar das war und dann siehst du halt jetzt, dass es erneut gut gegen Augsburg funktioniert hat. Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Weg. Manchmal müssen wir den Feste auch fallen, wie sie kommen und dann dementsprechend auch mal loben. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Wir konzentrieren uns also auf die 6-Punkte-Spiele, Marvin, ja? Ja, gut, aber ich meine, wenn das so weitergeht, dass wir dann gegen die unter uns irgendwie einen Punkt holen und gegen die über uns irgendwie 3 Punkte, dann hätte ich da kein Problem mit. Aber dann müssen wir aufpassen, irgendwann sind nämlich nicht mehr ganz so viele. Sehr gut, sehr gut. Du hast es gerade eben angesprochen, die Hinrunde ist bis hier eigentlich, was heißt eigentlich, die Hinrunde ist bis hier recht erfolgreich. Wir haben aus vier Spielen 10 Punkte geholt, unter anderem gegen Gegner wie Hoffenheim und Leipzig und jetzt eben den Angstgegner in Luft, Anführungszeichen, Augsburg, wo die Tore in der Frequenz, aber auch eben die Punkte nicht von vornherein wahrscheinlich so angedacht gewesen sind, wenn man mal so guckt, welche Spiele sicher gewonnen werden und welche nicht. Was aus meiner Sicht Freddy Bobic am Freitag nach dem Spieljahr so ein bisschen dazu verleitet hat, mal in dem Interview auch zu sagen, dass diese ganze Panikmache, die da in den letzten Wochen gewesen ist, so ein bisschen unbegründet gewesen ist. Und ich verstehe den Punkt, was er damit sagen will, finde es aber halt auch, na komisch jetzt nicht, aber sagen wir mal, es ist aus der Position heraus, eben aus diesen vier Spielen diese 10 Punkte mitgenommen zu haben und Leipzig im Pokal deutlich in die Schranken gewesen zu haben, ist es natürlich auch eine sehr komfortable Position heraus, zu sagen, die Panikmache in den letzten Wochen war unbegründet. Ja, es ist, naja, die Sache ist halt einfach, die ich, insofern, es ist insofern einfach ein bisschen schwierig, weil natürlich kann man nachher immer von übertriebene Hysterie sprechen und so weiter und so fort, aber ich finde, da hat Stefan Krieger von der Frank-Frieder-Rundschau heute einen sehr, sehr guten Beitrag geschrieben. Hysterie ist tatsächlich ein bisschen was anderes, dass das Umfeld vor gewissen Situationen warnt, die die Eintracht-Fans und auch Verantwortlichen beziehungsweise auch die Journalisten einfach kennen. Wir reden allem immer wieder über die Rückrunde der Schande. Wir sehen, wie schnell es nach runter gehen kann, gerade weil die Eintracht in der Vergangenheit auch immer eine Rückrunde gehabt hat, die schwächer war. Dann ist es durchaus legitim, darauf hinzuweisen. Die Art und Weise ist natürlich, der Kritik ist natürlich immer die, die irgendwie relevant ist. Auch, wie gesagt, man sagt es immer, ich habe es auch schon in den YouTube-Kommentaren gelesen, der Ton macht die Musik. Es muss ja nicht auf einer persönlichen Angriffsebene laufen, das sollte es tatsächlich nie. Aber zu sagen, liebe Leute, passt auf, wenn wir jetzt verlieren gegen Köln, gegen Paderborn und nicht nur die mangelnde Punkteausbeute, sondern gerade die fehlende Einstellung sehen, dann macht uns das zu denken, dass man im Vorfeld beziehungsweise bevor es dann wirklich nach unten geht, darauf hinweist. Das ist erstmal keine falsche Sache. Und da muss ich auch sagen, es ist verständlich, dass Bobic wahrscheinlich mit dem Druck, den er hat, irgendwo auch umgehen und selbigen rauslassen muss. Trotzdem gehört es auch für Journalisten, es gehört dazu, auch mahnend, an der Seite zu stehen und nicht immer nur Beifall zu klatschen bei allem, was passiert. es geht hier nicht um, es ist kein Propagandakanal, niemand macht hier einen Propagandakanal, sondern es gibt Leute, die sich mit der Situation auseinandersetzen und auch viele Fans, die sich mit der Situation auseinandersetzen. Das kann auch kritisch begleitend sein und ich glaube, der muss, keine Ahnung, Bobic einfach ein bisschen souveräner werden, das gehört auch zum Job. Das hat er überall schon gehabt, das hat er auch in Stuttgart gehabt und damit muss man irgendwo klarkommen. Andererseits ist er zweimal hintereinander Manager des Jahres geworden, wo auch seine Qualität ausgezeichnet wurde, wo er auch sehr, sehr warm begleitet wurde vom medialen, ja, wie soll ich sagen, vom medialen Bild, also da muss ich auch sagen, er bekommt auch die Sonnenseite mit, wenn es aber dann ein bisschen rauer wird, die einfach nur sagen, Leute, passt auf, dann finde ich das auch in Ordnung, weil das hängt allen Eintracht-Umfeldern, um es mal so, das hat sich jetzt blöd an, das gibt es ja nicht, das Wort, aber allen im Eintracht-Umfeld hängt sowas einfach nach und ja, also ich finde es ein bisschen übertrieben, die Reaktion, und ich kann es emotional nachvollziehen, wenn du irgendwie so geladen bist und du konntest es die Woche nicht rauslassen, ich meine, Bobic hatte sich ja zuletzt auch relativ zurückgezogen, hat nicht mehr wirklich viel gesagt, vielleicht war das jetzt sein Weg nach vorne, es ist menschlich immer nachvollziehbar, wie auch immer, muss man nicht machen, ich finde, dann ist es aber auch gut jetzt, da ist es auch keine Ansage, die man jetzt über drei Wochen jetzt diskutieren müsste, aber tatsächlich, ich finde es ist ein bisschen drüber, whatever, die Eintracht spielt gut und jetzt wird es wieder positiv begleitet, wenn es wieder vier Niederlagen in Folge gibt, dann wird auch wieder ein bisschen kritischer berichtet, das gehört dazu, damit muss er auch klarkommen, bekommt er auch ein paar Euro dafür, insofern ist es jetzt, er fällt mir relativ weich, glaube ich. Ja, also ich glaube, dass ihn das jetzt weder im Vorfeld großartig irgendwie wehgetan hat, noch dass die Reaktionen darauf ihm jetzt großartig irgendwie wehtun, aber ich fand den Punkt, den du jetzt angebracht hast, durchaus wichtig, wir haben einfach eine gewisse Historie, die jeder von uns in den Köpfen hat und die kriegst du halt auch nur schlecht weg, plus ja eben den Fakt, dass man ja ohne zu widersprechen einfach auch sagen muss, dass die Hinrunde sehr komisch zu Ende gegangen ist, wo einfach viele Sachen nicht richtig funktioniert haben und auch diese Transferpolitik in der Winterpause nicht für viele von außen nachvollziehbar war, von daher ist es vollkommen natürlich, dass in dem Umfeld oder das generell mit der Historie sowohl Fans als auch die Menschen von der Presse oder von den Medien, die sich eben sehr stark mit dem Verein Eintracht Frankfurt auseinandersetzen und sagen so, ob das jetzt irgendwie alles so richtig ist, wir wissen es nicht. Das ist doch ein Kommunikationsproblem, oder? Marvin, erst du, sorry. Ja, Marvin. Fühle du deinen Kommentar mal aus und dann antworte ich darauf gerne. Okay, gerne, gerne, gerne. Also ich finde, es ist schon in gewisser Art auch ein Kommunikationsproblem, denn eigentlich müsste Bobic, es müsste eigentlich heißen, Mist, wir haben ein bisschen Mist gebaut, weil die Einstellung hat nicht mehr gestimmt, der Kader hat irgendwie auch nicht mehr mehr hergegeben, was am Ende der Hinrunde war. Das musst du aber getrennt sehen, dann musst du sagen, dann müsstest du eigentlich erklären, warum du aber denkst, dass der Kader so, wie er zusammengestellt wurde, nur mit kleinen Veränderungen im Winter sozusagen, trotzdem das Potenzial hat, da mehr zu reißen. Jetzt dann im Nachhinein, nach fünf Spielen, die dann super gelaufen sind und so weiter, oder nach vier Spielen zu sagen, ja, war ja alles, und die Aussage ist ja nicht, das Umfeld war ein bisschen zu trüber, sondern die Panik im Umfeld war absolut lächerlich. Das ist schon wieder eine Aussage, wo ich sagen muss, also absolut lächerlich war es auf keinen Fall, sondern du musst sagen, ihr habt schlecht kommuniziert, denn keiner hat euch, hat verstanden, warum reagiert ihr im Winter nicht so, wie jeder das auf dem Dings gesehen hat, wenn jemand dann sagt, wir haben ja bei Optionen, wir wollen ein bisschen umstellen, wir sehen im Kader, kann das laufen, wir brauchen wieder mehr Platz und so weiter, was wir ja auch hier jede Woche versuchen ein bisschen zu analysieren, warum läuft es denn besser und so weiter. Das wünscht man sich doch normalerweise, dass da ein bisschen sachlich, das sind zwei, drei Punkte, dass man sagen muss, das System Kostic ist leider jetzt sozusagen ein bisschen rausgeguckt, wir müssen gucken, dass wir das Spiel wieder ein bisschen breiter machen, wir haben aber im Kader genug Leute, die das begleiten können, wir müssen ein bisschen umstellen, wir müssen ein bisschen Dings, dann hätte jeder gesagt, aha, okay, wie soll das aussehen, das gucken wir uns dann an, aber da wurde ja gar nichts zu gesagt, sondern es wurde einfach gesagt, unser Kader ist super, so wie er ist, wir können so weiterspielen und wenn die Jungs wieder an sich glauben, dann gewinnen wir die nächsten Spiele, das ist doch, die Aussage ist ja Schrott gewesen und dann zu sagen, die Panik im Umfeld ist lächerlich oder absolut lächerlich, das fand ich einfach ein bisschen strange und finde ich auch nicht okay von Bobic, aber sorry Marvin, jetzt bitte dein Take dazu. Nee, 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 du brauchst mich entschuldigen, du hast ja vollkommen recht, ich mag, ich fand deine Einlassung hier absolut sinnvoll und du sprichst an, natürlich ist es ein bisschen ein Kommunikationsproblem, wie gesagt, ich glaube, dass ihm da so ein bisschen die Souveränität flöten geht, ich glaube, man kann es runterbrechen auf Souveränität, die er normalerweise haben müsste, weil er eigentlich so lange jetzt auch schon als Trainer dabei ist, so ausgezeichnet ist, dass er eigentlich einen Gang zurückschalten können, sagen können, naja, ich lasse mal machen, aber das zeigt tatsächlich auch, dass es da dummerweise ganz schön viel dran war, das ist nämlich genau der Punkt, denn guck dir die Reaktionen an nach Hoffenheim, auch wie dann die Spiele dann nachgelaufen sind, da ist den ganzen Verantwortlichen unglaublich viel Belast abgefallen, denn auch wenn er sagt, nee, das war alles lächerlich, die waren sich selber nicht so sicher, dass das funktioniert, die waren sich selber nicht sicher, dass die Umstellung, die taktische Finesse, muss man auch sagen, man kann auch Hütter hier nicht genug loben, dass er diesen Schritt gegangen ist, dass er ihn auch durchgezogen hat mit der Veränderung, dass er immer noch kleine Justierungen vornimmt, der auch Fehler bereinigt, die er in der HIN-Serie gemacht hat, auch Hütter war teilweise, ist teilweise ein bisschen geschwommen, wusste auch nicht genau, wen stelle ich hin und hat auch manchmal Leute ins System gestellt, von denen du offensichtlich gemerkt hast, dass sie gar nicht so richtig rein funktionieren, das ist in Ordnung, jeder macht mal Fehler und jetzt zahlt es sich aus, weil viel gearbeitet wurde und natürlich ist die Mannschaft, und da hat Bobic vollkommen recht, auch fitter, als sie es zum Ende der HIN-Serie war, klar, aber mir geht es ja nicht nur um Fitness, sondern die Einstellung hat am Ende der HIN-Runde einfach gefehlt, Palderborn, Köln war nicht der Fitnessbegründung wegen schlecht, sondern aufgrund der Einstellung, das ist die Sache und das sind Dinge, die man sich angreifen lassen musste, geh mal reisch genauso, da ist man mit einem blauen Auge davon gekommen und jetzt profitiert man davon, dass man sich jetzt neu justiert hat, sich auch selber wieder motiviert hat, wo du dann auch merkst, gerade für mich ist Hoffenheim ein extrem wichtiges Spiel gewesen, wenn du siehst, dass am Ende, trotz der Tatsache, es gab intern durchaus Schwierigkeiten, es ist nicht alles so eitel Sonnenschein und wenn Bobic sich mal hinterfragt und vielleicht noch drüber nachdenkt, dass Aaron Hütter vielleicht auch ein bisschen mehr geklärscht hat, als sie es ganz gerne lieb hätten, dann wird er nämlich das mit in Anführungszeichen lächerlich auch ein bisschen weiter weghauen, denn auch zwischen den beiden ist nicht alles immer eitel Sonnenschein und da muss ich sagen, da sind viele Faktoren, die aber jetzt ineinander spielen und plötzlich haben sich wieder alle lieb und dann kann man sagen, das ist alles Quatsch gewesen, I don't know, wichtig ist aber, dass es jetzt läuft und von mir aus kann er am Ende der Saison immer noch sagen, dass alles Quatsch war, wenn wir bis dahin 55 Punkte geholt haben und es in der Europa League festgesetzt haben, dann sage ich, super, dann haben alle Kittiger Unrecht gehabt und Bobic ist der Meister und dann, und das ist nämlich genau der wichtige Punkt, sind wir doch alle froh. Also es geht doch niemandem, der den Verein oder der gewisse Dinge hinterfragt, gewisse Nuancen hinterfragt, darum, hier recht zu behalten. Ich glaube, jedem ist es am Ende, am liebsten, dass am Ende kann jeder sagen, wir haben Unsinn gelabert, aber die haben es geschafft und sind so weit, haben sich qualifiziert für den Europacup, sind was weiß ich, im DFB-Pokalfinale oder was weiß ich. Wenn das das Ergebnis ist, dann ist doch alles super. Ja. Dann lass uns mal ein bisschen, so ein bisschen nach vorne gucken auf die nächsten Wochen. Wir spielen ja jetzt am Freitag gegen Dortmund, da können wir gleich im Detail noch mal ein bisschen drüber sprechen, aber auch, wenn wir mal so ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, mal so auf die nächsten zwei, drei Wochen geht es jetzt einfach wirklich, wie du schon sagst, gerade um diese, diese Weichenstellung, wo es jetzt hingeht nach Dortmund, spielen wir direkt zu Hause dann am Donnerstag gegen Salzburg, um das Weiterkommen oder den ersten Schritt um das Weiterkommen in der Euroleague, dann geht es am Montag gegen Union Berlin weiter, die auch durchaus sich Chancen ausrechnen, diese Liga-Runde zu beenden, ohne nachher wieder absteigen zu müssen. Dann geht es eben das Rückspiel gegen Salzburg und dann kommt schon zweimal hintereinander Bremen, einmal in der Liga am Sonntag und dann am Mittwoch drauf dann das Spiel im Viertelfinale des DFB-Pokal. Also da sind schon anspruchsvolle Dinge dabei und die eben auch ganz klar vorgeben, wo es mit der Eintracht dann in der Saison hin weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Die nächsten Wochen werden knackig. Da wird sich nämlich dann auch zeigen, auch wenn Dennis jetzt hier auch vollkommen richtig angesprochen hat, wie sieht es denn eigentlich dann mit der Bewertung der Transferperiode aus. Es ist doch vollkommen in Ordnung und rational, sorry, wenn ich jetzt das nochmal mit aufgreife, aber das gehört ja alles zusammen. Es ist doch rational auch vollkommen verständlich zu sehen, okay, wir haben diese Schwachstelle vielleicht in der rechten Mittelfeldposition, die natürlich wunderbar von Chandler gerade ausgeführt wird, denn die Rückrunde seines Lebensspiels ist ein geiler Typisch und wir freuen uns alle. Wir freuen uns alle, dass er diese Leistung gerade zeigt. Trotzdem kann man sagen, okay, da hätte ich doch trotzdem noch ein bisschen Nachbisse gebessert. Ist doch kein Drama. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Super ist doch, wie geil Hinteregger funktioniert, wie geil Touré und Indica gerade funktionieren und wenn Abrahma ausfällt, dass Asebe dafür einspringt, dass das alles super ist, dann freuen wir uns doch. Tatsächlich ist es aber so, wenn du jemanden wie Falet rausnimmst und ihn verleihst, wäre es doch gut, jemanden nachzuholen. Deswegen diese Ansprüche kann man auch stellen, ohne dass sie erfüllt werden müssen. Genauso ist es so, ah, Jovel, jetzt verleihen wir. Gute Sache. Oh, Bastos ist nicht wirklich fit. Merken wir tatsächlich jetzt auch. Wie wäre es, wenn wir da noch bessern? Das sind doch nur Gedankenspiele, ob die dann umgesetzt werden oder nicht. Da stehen auf einem anderen Blatt. Dass sie aber angesprochen werden dürfen, das muss auch klar sein. Und genau diese Transferperiode muss natürlich auch dann beleuchtet werden. Und wenn wir nach diesen ganzen Spielen immer noch dastehen und sagen, Alter, das hat alles gegriffen. Es war gut so, dass wir gar nicht mehr Spiele hatten, denn die haben alle durchgespielt, der und der hat sich noch durchgesetzt, dann ist alles super. Aber die nächsten Wochen werden halt knackig. Und da hoffe ich, dass sich niemand verletzt, dass wir dieses taktische Gerüst einigermaßen beibehalten können. Wir haben in der Innenverteidigung, ist es nicht so, dass wir unglaublich viele Auswahlmöglichkeiten haben. Also es darf sich nicht Hasebe und Abraham verletzen, sonst hätten wir nämlich da wirklich ein paar Probleme. Dann wird es ein bisschen kritisch da langsam. Ja, dann wird es kritisch. Chandler kann maximal ausfallen, dann könnte man eventuell Durm oder Kamada da spielen lassen. Vielleicht wäre das auch mal eine Option für Sow, wo der jetzt ein bisschen rausrotiert ist. Aber das sind halt alle keine 1A-Optionen. Wir merken, der Kader ist in der Breite nicht so krass. Die erste Bank ist schön und gut, aber wir müssen hoffen, dass auch die nächsten Wochen damit gut durchstritten werden können. Und wenn alle fit bleiben, dann habe ich ein optimales Gefühl. Und ja noch den ein oder anderen Rückkehrer, Marvin. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ich hoffe auf Bas Dost, dass der wieder ordentlich zurückkehrt. Toro, der definitiv hoffentlich wieder einen super Anschluss findet, der natürlich jetzt nach Verletzungen sicherlich nicht sofort wieder an 100 Prozent sein wird. Aber kurz vor seiner Verletzung, das war ja das Schlimme eigentlich, gerade bei Toro, wo man gesagt hat, boah, endlich ist er dran und endlich kann er uns richtig weiterhelfen. Dann diese unglückliche Verletzung, das ist natürlich immer Mist. Aber kann uns sicherlich noch das ein oder andere Spiel versüßen. Und dementsprechend, Marvin, ich bin voll bei dir auch und denke, René, du gehst da voll mit, wenn wir sagen, der Kader kann gut was reißen. Und gerade wenn auch der Kader einigermaßen fit, gesund und sonst was bleibt, muss dann jetzt noch nicht Schluss sein im März sozusagen. Nee, nee, genau. Hängt für mich aber auch ganz klar eben auch zum Großteil mit dem ganzen Thema Einstellung zusammen, dass du einfach auch dieses zurückgewonnene Selbstvertrauen und diese Freude am Spiel, die du ja jetzt in den letzten Spielen gesehen hast, dass du die aber jetzt auch als Stärke wirklich wahrnimmst und die dich einfach auch in den Spielen da jetzt pusht. Ja, weil das sind anspruchsvolle Gegner, aber das ist ja auch so ein bisschen dann auch der Reiz, genau gegen solche anspruchsvollen Gegner eben auch sich jetzt selbst als Eintracht und als Mannschaft zu beweisen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Die haben die Grundlage für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt und das ist super. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass jeder von uns das auch freudig begleitet. Wir freuen uns darüber, dass es gut läuft und wenn jetzt, du merkst, die Fans haben wieder Bock. Die Stimmung ist selbst bei Minustemperaturen gut. Jeder will jetzt diese Rückrunde, natürlich waren auch wir Fans 2019 am Ende ein bisschen ausgelaucht. Jeder war, glaube ich, ein bisschen fertig. Und sowohl die Spieler als auch die Fans denen hat die Pause gut getan, es gab Nachjustierungen, jetzt sind sie wieder alle da und jetzt können wir neu angreifen. Und ich glaube, dass wenn das halt jetzt so weiterläuft, dass wir dann im Endeffekt eine sehr gute Rückrunde spielen und uns darüber freuen, dass die Eintracht doch wesentlich besser sich positioniert, als wir vorher gedacht haben. Aber es sind halt immer so Nuancen und auch bei den nächsten Gegnern müssen wir halt abwarten, wie startet Dortmund, können wir dem Anfangsdruck standhalten, können wir dann dementsprechend vielleicht in den richtigen Momenten sie gefährlich jucken. Denn tatsächlich ist es ja so, wir haben in den letzten Wochen festgestellt, dass der BVB trotz einer unfassbaren Offensivstärke defensiv durchaus einige Lücken präsentiert. Das ist auch für uns die Möglichkeit und das muss auch selbstverständlich sein, dass jetzt jeder schlagbar ist. Und das finde ich geil. Und das hat die Mannschaft momentan drin. Wenn ich mir angucke, dass ein Kostic beispielsweise wirklich jetzt nochmal die Saison spielen will, in der er absolut beweist, dass er die Granate ist. Ich meine, ein Kostic spielt seit so langer Zeit bei der Eintracht, das ist jetzt übertrieben, so lange ist er nicht bei der Eintracht. Aber seit der ersten Saison, seitdem er hier spielt, liefert er komplett ab. Es ist jetzt seine Saison, den nächsten Schritt zu machen, nach diesem Sommer. Oder im Sommer, nach dieser Saison. Wie geil ist es, dass er sich präsentieren will, dass er selbst bei einem 3-0 noch Bock hat, Tore zu machen und gleichzeitig die Arbeit nach hinten gegen den Ball nicht vermissen lässt. Ich merke sehr, sehr viel Positives und ich glaube, das strahlt natürlich auch auf die Mannschaft aus, die auch wieder Neuenergie gewonnen haben, die auch, wo du auch merkst, dass ein Silber einen Ehrgeiz plötzlich entwickelt hat, ein Trüffelfresserchen hin und her, alles süß, alles okay, kann man machen. Also ich habe das Gefühl, gerade ist der Spirit richtig und dann ist gegen jeden Gegner was möglich. Gehe ich voll mit, auf jeden Fall. Gerade mit Kostic, was ihn natürlich auszeichnet ist, dass er auch gezeigt hat, in Zeiten, wo die Mannschaft nicht funktioniert oder kriselt, dass er da trotzdem seine Power abgerufen hat, dass er natürlich dann mehr zugestellt wird, keinen Platz mehr hat, dass dann auch seine Szenen eher begrenzter werden oder nicht immer funktionieren, das ist klar und auch, wir haben ja schon weit drüber gehört und da will ich jetzt auch gar nicht wieder anfangen mit irgendwelchen Flanken aus dem Halbfeld, die dann verhungern und so weiter. Klar, das ist so, das ist aber dem Spielsystem geschuldet gewesen und so weiter. Trotzdem finde ich, das macht eigentlich dann Kostic noch interessanter für jeden, der dann sozusagen ihn in seiner Mannschaft holen kann. Es ist jemand, der gezeigt hat, dass er in einer guten Mannschaft funktioniert, er natürlich hervorragend, aber es ist auch eine, der eine Mannschaft, die ein bisschen kriselt oder die mal ins Ruckeln gerät, nicht komplett, ja, nicht komplett mitunter geht, sondern tatsächlich noch diesen Spirit oder diese Power hat, um dann auch solche Spiele zu entscheiden und das, finde ich, ist bei einem Kostic unbezahlbar und ich hoffe wirklich, dass er uns das jetzt noch die komplette Rückrunde zeigt und wer weiß, wenn wir uns noch weiter höher fliegen, vielleicht haben wir Glück und er bleibt noch ein Jahr, das wäre natürlich wunderschön, sind natürlich Träume rein, muss man einfach dann schauen, aber es ist schon toll, dass wir ihn in unseren Reihen haben und dementsprechend Team Kostic, das passt auf jeden Fall, finde ich einfach nur genial. Wollte ich nur noch mal sagen, dass er einfach bei uns gezeigt hat, dass es nicht ist, wie viele gesagt haben, wenn die Mannschaft funktioniert, ist Kostic gut, wenn die Mannschaft nicht funktioniert, kannst du Kostic vergessen. Das hat er bei uns gezeigt, dass es genau so nicht ist. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, er hat sich selbst bewiesen, dass er dieser Spieler ist, von dem er immer wusste, dass er sein kann. Er hat die Kritiker gezeigt, ja, 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 ihr meint immer, dass ich irgendwie so ein Jahr leisten kann und dann ist es vorbei, wie in Stuttgart. Hamburg lief ja ähnlich ab, aber er zeigt uns die ganze Zeit diese Konstanz. Wenn ich dann auch höre, als es dann zwischenzeitlich ein bisschen schwieriger wurde, ja, ja, der Kostic, der ist immer erst im zweiten Jahr mit seinen Vereinen abgeschrieben. Also, liebe Leute, danach sieht es nicht aus. Ja, die Eintracht ist halt auch nicht so einfach auszurechnen, das merken wir auch in unserer Prognose, was vollkommen okay ist. Jeder macht Fehler, aber wenn du dann siehst, dass die Spieler auf dem Platz zeigen, wie es anders gehen kann, das ist immer noch das Schönste. Und ja, wie gesagt, Kostic ist schön, dass wir ihn nochmal ansprechen und kann, um jetzt mal vielleicht auch hin zum kommenden Gegner zu gehen, ein Schlüssel auch für das kommende Spiel sein. Genau, wir spielen am Freitag gegen den BVB, der ja am vergangenen Spieltag in diesem Sieben-Tore-Spiel 4 zu 3 gegen Leverkusen verloren hat, wonach es ja auch irgendwie zwischenzeitlich nicht aussah, aber sie dann sich, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, selbst so ein bisschen im Weg stand zumindest, wenn man sich so teilweise die Tore und die Spielzüge da anschaut. Also Dortmund hatte jetzt so zweimal so einen kleinen Matchball da oben irgendwie sich zu festigen und hat das jetzt irgendwie nicht so richtig mitgenommen, muss jetzt auch noch zusätzlich mit Verletzten kämpfen. Brandt hat sich in dem Spiel am Wochenende verletzt und wird mindestens im Spiel gegen uns wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger ausfallen. Reus ist verletzt. Ja, also ich glaube, unschlagbar, wie du schon so richtig gesagt hast, Marvin, ist da keiner momentan. Dortmund struggelt da auch so ein bisschen und die werden uns definitiv Räume anbieten und da setze ich persönlich ganz stark auf einen Kostic, aber vielleicht auch auf einen Schändler auf der Außenbahn und auf einen Silver, wenn der vor einem Sturm spielt. da werden definitiv Räume für uns für schnelle, weite Konter drin sein. Ja, also ich meine ganz klar, es ist das Top-Duell, ja. Haaland gegen Chandler, ja. Die beiden Rückrunden-Bullis, wer wird wieder performen? Tatsächlich ist es eigentlich das Gigantenduell, ja. Also da muss ich auch den Lewandowski warm anziehen, da ist eigentlich so ein bisschen die Entscheidung. Es könnte die Vorentscheidung um die Torjägerkanone sein. Ich wollte gerade sagen, meinst du, Chandler hat noch Chancen auf die Torjägerkanone? Also zumindest, wenn wir erst in der Rückrunde anfangen zu ballern, beziehungsweise eine Rückrunden- Torjäger-Tabelle, da ist Chandler auf jeden Fall gut dabei. Wir schauen mal, wie es läuft. Ja, wobei, vielleicht hängt sich ja Kostic da auch noch rein, wer weiß, wenn der jetzt passend zu seiner neuen Espresso-Maschine auch noch den richtig geilen Kaffee entdeckt, ja, dann ist hier aber auch alles möglich. Es kann, genau, es kann alles möglich sein. Ich hoffe tatsächlich, dass es irgendwie funktioniert. Aber ganz klar, und ich glaube, wir lachen so ein bisschen drüber, beziehungsweise wir finden es sympathisch, aber tatsächlich, ey, wie gesagt, der BVB ist so geil, die offensiv sind, so defensiv sind die anfällig, sind sie defensiv. Man merkt, meine Erkältung steigt langsam zu Kopfe, aber es ist genau der Punkt. Und wenn du dir das Leverkusen-Spiel anschaust, natürlich ist Leverkusen auch eine gute Mannschaft. Ganz ehrlich, die haben aber auch... gerade, wie du schon sagst, so ein paar Dinger dabei, ich glaube, das war irgendwie das 3-3 oder irgendwas, wo sie wirklich da vollkommen in der eigenen, im eigenen Strafraum nicht wissen, wo der Ball ist, wo der Gegenspieler ist und Bürki da auch auf der Linie echt nicht gut aussieht. Also, das war schon so ein bisschen Vogelwild. Bürki sieht nicht gut aus, Akanji hat eine unglückliche Partie gemacht, du merkst, dass auch Witzel auch nicht immer hundertprozentig mega im Spiel ist. Ich finde trotzdem, und das Geile ist, das ist ein Spiel, da hat die Eintracht nichts zu verlieren und die ganzen Spiele, bei denen wir das Gefühl hatten, okay, natürlich wäre es gut, wenn wir einen 3-3 holen jetzt gegen Leipzig und so weiter und so fort, aber man konnte davon ausgehen, dass es eigentlich eine offene Partie ist und dass wir nicht genau wissen, wie es läuft und je nachdem, wenn sie kämpfen, dann sind wir zufrieden. Das ist doch genau das Ding. Wie geil ist das, dass wir jetzt mit so einer Punkteausbeute im Rücken, die richtig gut ist, zum BVB reisen, interessanterweise erneut eine Freitagspartie, wundere ich mich, warum wir so oft Freitag so ein mittlerweile auch Montagsspiel. Das kann ich dir sagen, weil das alles die Spiele sind, die auf Datsen übertragen werden und man sich den blöden Sky-Kommentator da nicht anschauen muss. Okay, wenn das der einzige Grund ist, dann kann ich damit leben, ansonsten finde ich es ein bisschen merkwürdig, weil, naja, ich will mich über Freitag nicht beschweren, ich fand auch die Tatsache, dass es bald wieder ein Montagsspiel gibt, ein bisschen merkwürdig. Wie auch immer. Entscheidungsspiel für Fafre, ja? Es kann, naja, naja, ich glaube, es gab mittlerweile schon so viele Entscheidungsspiele, bei denen ich gedacht habe, okay, jetzt könnt ihr entlassen, nein, er wurde nicht entlassen, vielleicht ist es jetzt auch einfach zu spät, aber die müssen natürlich auch aufpassen, wenn die jetzt wieder verlieren. lass uns aber nicht über die Entlassung von Fafre sprechen, weil ich hätte dann ernsthaft Angst, dass sie jetzt dann der vierte Bundesligist sind, glaube ich, in der Saison, die den Trainer entlassen, bevor sie gegen uns spielen. Nee, das wird ja nicht passieren, das wird maximal erst nach uns passieren. Wenn sie gegen uns verlieren. nach uns ist mir das alles vollkommen egal, aber vor uns bin ich bitte nicht. Ja, es wird maximal erst danach passieren, insofern ist es egal, aber wir sehen hier natürlich eine gute Mannschaft, aber die hat ihre Lücke, und wenn der Kanji wieder spielt, dann ist es natürlich alter Kanji, das ist ein guter Spieler, will ich gar nicht abstreiten, aber wenn da ein Kostic angerannt kommt, weiß ich nicht, da muss der Kanji auch erst mal klarkommen mit dem Typen. Also, das ist halt genau die Sache. Ich glaube, dass es echt hier Räume geben kann und die Eintracht muss sie einfach nutzen, muss taktisch klug spielen und wenn wir dann noch wieder, einen Trab in Topform haben, dann ist auf jeden Fall alles möglich. Das ist ein guter Punkt nochmal, Marvin. Ich denke auch, dass es darauf ankommt, dass wir einfach hinten nicht zu früh ein Törchen fangen. Bei der Offensive ist es einfach schwierig, zu null zu spielen, denke ich mal. Also es wird sicherlich die ein oder andere Lücke sich auftun und der BVB ist normalerweise auch abgebrüht genug, die auszunutzen. Wir müssen nur schauen und da habt ihr völlig recht, dass wir auch unser Offensivpotenzial irgendwie ins Spiel einbringen, aus einer gesicherten Defensive einfach nicht den Mut verlieren und uns hinten reinstellen, weil das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Sondern man muss diese Lücken nutzen und ihr habt es schon gesagt, Akanji, Hummels und Zagadou ist es normalerweise, sind die alle drei bespielbar. Und wenn du dann dieses Potenzial hast, dass du auch sagst, okay, du hast auf der rechten Seite einen Chandler, der im Endeffekt ordentlich doch dann auch Torgefahr auf einmal ausstrahlt. Du hast links einen Kostnitz, du hast in der Mitte Silber vielleicht optional, weiß ich nicht, ob Bas Dost wieder da ist, muss man dann gucken, inwieweit das dann eine Möglichkeit ist, da auch diese Räume zu nutzen und zu sagen, okay, Leute, orientiert euch ein bisschen und wenn du da mit einem gewissen Tempo auch reinkommst, zeigen die Dortmunder in dieser Saison definitiv in der Abwehr Schwächen. Und da sehe ich es auch und weiß jetzt nicht, ob es wirklich für drei Punkte dann am Ende reicht, aber definitiv hoffe ich drauf, dass wir hier mindestens einen Punkt mitnehmen können. Alles kann, nix muss, aber das sind die geilsten Spiele und ich freue mich auch, ehrlich gesagt, freue ich mich für die Mannschaft, die da doch, das sind doch für die die geilsten Spiele. Du kommst hier gegen ein volles Stadion, werden wieder viele Eintracht-Fans am Start sein. Der BVB liegt der Eintracht ja auch und das ist so ein Spiel, es kann alles passieren, es muss nichts passieren, aber ich glaube, dass jetzt kommen gerade so wieder so ein bisschen die Wochen, in der wir, in der die Mannschaft sich auch nochmal weiter hochjazzen kann. Also im positiven Sinne diesen Floor auch beibehalten kann. Wichtig ist, dass wir die blöde Hürde, sag ich mal, Augsburg genommen haben, sogar mit drei Punkten und sogar ein sehr überzeugender Auftritt. Das war für mich so ein bisschen, ja, es könnte so ein kleiner Paradigmenwechsel für die Saison gewesen sein. Ich bin auch mehr drin, tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, hast du auch die ganze Stimmung ist bei den Fans da, da ist jetzt endlich auch die Motivation da, weil man sieht, okay, es funktioniert irgendwie, die Mannschaft hat Bock, sie spielen zusammen, sie freuen sich wieder füreinander. Ja, dann hast du Augsburg da jetzt dann gehabt, du bist im Pokal weiter. Okay, du hast jetzt vielleicht im DFB-Pokal nicht deinen Wunsch losgezogen, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ja, who cares? Und du bist vom Kopf her freier, weil du elf Punkte auch Abstand wieder nach unten hast und dich wieder nach oben orientieren kannst. Das ist ja auch immer wichtig, dass diese fünf Punkte bis zu Platz sieben, das ist ja wieder was, wo auch mal wieder drüber gesprochen werden darf. Das ist nicht dieses ihr Träumer, ihr guckt jetzt wieder nach oben, guckt mal nach unten, das war eben, wir waren eben sehr nah dran an dieser dämlichen Abstiegszone oder Relegationszone. Das ist was, finde ich, was der Mannschaft sehr gut tut, wenn sie, und das gehe ich voll mit euch, wenn du gegen Dortmund fahren kannst und sagen kannst, wenn wir da was holen, ist es richtig geil, wenn wir nichts holen, die Punkte waren nicht eingeplant, wir müssen jetzt nicht hier auf Teufel komm raus auf 0-0 spielen, so ungefähr, weil das funktioniert gegen Dortmund mit der Eintracht leider nie. Nein, das funktioniert sowieso nicht, aber wirklich einfach, du hast dieses, dieses ganze Rahmengefüge ist einfach extrem geil, du hast mit Dortmund einen Gegner, wo auch definitiv Stimmung dabei sein wird, da fahren viele Frankfurter hin, da hast du die Heimfans, die da für ordentlich Stimmung sorgen werden, du hast den Freitagabend Fluglichtspiel, was ja auch immer noch mal eine ganz andere Atmosphäre ist, du siehst oder du weißt, dass einfach auch Chancen drin sind und es wird mit Sicherheit ein Spiel sein, wo das ein oder andere Tor fallen wird und wo auch einfach geile Spielzüge dabei sein werden, von daher, vom Setting her, echt gut und in der Vergangenheit haben wir ja auch gezeigt, gegen Dortmund, da sind auch die ein oder anderen Überraschungsgeschichten irgendwie drin, von daher, ich freue mich da richtig auf dieses Spiel. Ja, ich auch, ich auch. Wie gesagt, Leute, lasst uns diesen positiven Spirit der letzten Wochen mitnehmen, die Eintracht hat uns in dieser Rückrunde bislang echt positiv überrascht und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass das jetzt irgendwie dauerhaft auch besser wird beziehungsweise so bleibt. Ja. Wie positiv sind wir denn bei der Aufstellung? Wie läuft das denn, meine Herren? Tja, wir haben hier relativ viel von der Eintracht angeboten bekommen, insbesondere von Hütte, der uns ja jetzt gezeigt hat, wie variabel er auch aufstellen kann und sich auch mal wieder was Neues ausdenkt. tatsächlich würde ich sagen, also ich würde fast sagen, dass ich Abraham draußen lassen würde, würde dementsprechend Hasebe reinstellen, Hasebe und Ilzaka wechseln sich ab. Ich halte, auch wenn ich nicht der größte Korr-Fan bin, schon für eine gute Option, ihn weiter drin zu lassen, weil er sich dieses Spiel auch gegen Dortmund erarbeitet hat, gegen Augsburg. Ich würde ansonsten keinerlei Wechsel vornehmen. Kein Rode rein? Rode ist natürlich eine Option, darüber kann man nachdenken, wenn er fit genug ist. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht, hat nicht von Anfang angespielt, weil er ja einen kleinen Schlag wegbekommen hat gegen Leipzig. Also wenn er sagt, für sich, er ist fit genug, ist das eine Option, dann habe ich aber Bauchschmerzen, weil ich nicht weiß, wen ich rausnehmen soll. Rode muss natürlich, wenn er fit ist, da ist ein sehr guter Einwand von dir, muss auf jeden Fall rein. Wirst du dann mit dem Ilzaka raus? Ja, eigentlich ne, Ilzaka würde ich tatsächlich nicht rausnehmen, weil ich tatsächlich diese Variante, die du gerade angesprochen hast, dass er sich mit Hasebe da so ein bisschen abwechselnd ganz charmant finde und ich fand auch, dass er in dem Spiel gegen Augsburg da in der Innenverteidigung funktioniert hat. Ich würde tatsächlich dann mal mit der Doppelsex Ilzaka Rode spielen wollen. Okay, dann sagst du Chor raus. Dann wäre ich für Chor raus. Ja. Ja, also jetzt einen geilen Pass da zum Tor, zu dem Tor von Schendler und das sieben Spiel gegen Augsburg, das macht jetzt noch nicht hier den nächsten Superstar für mich. Ne, ne, ist ja vollkommen okay. Ich meine, man darf auch nicht für den Handel, deswegen die Partie gegen den BVB ist auch für Rode immer noch was Besonderes. Ja. Und der Vergangenheit, der hat auch noch mal einen ganz anderen Offensivtrang, der hat auch noch mal eine ganz andere Motivation, die er einfach auch in die Mannschaft und auf den Platz bringt. Also für mich wäre Rode schon eine sehr wichtige Person in diesem Spiel. Da bin ich bei euch. Also kann ich absolut nachvollziehen. Würde ich auch genauso kaufen. Sonst noch irgendwelche Veränderungen? Puh, die Frage ist natürlich mit dem Sow, der uns sicherlich auch ein bisschen Kreativität vorne mit reinbringen würde. Für Garzinovic wäre eine Möglichkeit, obwohl Garzinovic, wenn er fit ist, Also wenn er fit ist, der hat gerade so einen Lauf. Also ich träume ja nach wie vor gerne mal irgendwann von diesem Mittelfeld, Kostic, Garzinovic und Kamada. Aber du hast eigentlich momentan keine Argumente, irgendeinen von diesen dreien, die da jetzt im letzten Spiel, Kostic, Garzinovic, Jendler, rauszunehmen. Also wenn Garzinovic nicht jetzt wieder irgendwie speiend an der Außenlinie steht, hast du eigentlich keine der Argumente, den Jungen da momentan rauszunehmen. Weil ja, er trifft oftmals die falsche Entscheidung, aber er trifft gerade auch sehr oft die richtige Entscheidung und er belebt das Spiel. Es gibt wenig Argumente. Also für mich ist, ich finde es ganz interessant, denn natürlich, ja, und das ist ja auch vollkommen okay, denn wir reden auch öfter über Kontrovers über Garzinovic, wir sind alle über sein Talent im Klaren. So jetzt spiele ich eine gute Rückrunde. Das Interessante, was ich auch wirklich spannend finde, ist, ich hatte jetzt nach dem Spiel mit dem Spieler der Eintracht gesprochen und der hatte gemeint, dass für ihn der wichtigste Spieler eigentlich im Offensivverbund gerade Garzinovic ist. Okay. Und also, dass es auch wirklich eine Meinung ist, die innerhalb dieses gesamten Teams vorherrscht, was ich interessant finde, weil du natürlich so Granaten wie Kostic hast, aber wenn es um die spielerischen, kleineren, diese kleineren Qualitäten geht, wie Ballbehandlung und so weiter und so fort, da finden selbst die Eintrachtspiele selbst ihn so wichtig und freuen sich auch für ihn. Und das ist für mich natürlich ein klares Zeichen, dass man auf jeden Fall damit weitergehen muss. Das ist übrigens interessant, weil wenn du dann sowas mal mitbekommst und auch hörst, dass ein Spieler selbst das so sieht von der Eintracht, dann erschließt sich dir natürlich, ah, guck mal, deswegen haben die so gejubelt, als er endlich mal wieder ein Tor geschossen hat, auch wenn das damals in Watuz war, beispielsweise, ja, weil da hat er auch eine schwierige Zeit gehabt und so weiter und so fort und da haben sie sich auch gefreut, als er dann getroffen hat. Genauso, also da ist dann sehr, sehr viel Positives auch für ihn dabei. Und was man auch sagen muss, was ihn aktuell extrem auszeichnet, ist auch das Spiel gegen den Ball. Der rennt an, der ist bissig und so, der ist momentan voll im Lauf und deswegen würde ich jetzt auch sagen, Gacinovic all the way, soweit es geht. Ich freue mich dafür, dass er irgendwie gerade sehr, sehr gut in diesem Spiel drin ist. Ja, ja. Gehe ich voll mit euch, ja, auf jeden Fall. Und Silva vorne hat ja auch einen ordentlichen Job gemacht, aber ist eigentlich ein Wechsel. Ist natürlich die Frage, inwieweit er Probleme, hat sich da durchzusetzen in der Innenverteidigung. Es wäre dann vielleicht über kurz oder lang nochmal mit einem Dost, wenn er fit ist, vorne zu überlegen. Paciencia ist für mich da eigentlich kein Mann für die Startelf. Also ganz ehrlich, wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, wir müssen jetzt auch mal irgendwie weg von der Kurzfristigkeit, wir müssen die Leute auch mal mitschleppen. Ich finde auch gerade Silva, vielleicht bin ich da auch gerade so ein bisschen zu sehr Fanboy, ich finde, der hat es jetzt auch mal verdient, dass wir ihn da auch mal so ein bisschen mit durchschleifen. Dost wirkte für mich in der Vergangenheit, vielleicht liegt es an seiner Fitness immer eher so ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Ja, der hat auch seine Vorteile, aber gerade jetzt auch, wo es um Räume und um Geschwindigkeit geht und du vielleicht auch mal einen brauchst, der mal den Ball irgendwie halten kann, da hat sich Silva in den letzten Wochen schon so ein bisschen da positioniert. Ich würde tatsächlich weiterhin jetzt erstmal auf ihn setzen und auch der Wechsel, wie wir es ja gegen Augsburg jetzt gemacht haben, an Silva raus und Paciencia rein, den du ja auch Paciencia gerade auch gut mal von der Bank bringen kannst, der dann auch Qualitäten hat. Das würde mir momentan eher liegen, als mit so einem 70%-fitten Doss, der dann da irgendwie sich von irgendwie so einem Gegenspieler, der halb so groß ist, wie er, dann da bei der Ecke umreißen lässt. Ja, ja. Also, ja, Doss tut mir natürlich auch leid. Es ist schade, dass er momentan nicht genau die Spiele machen kann, die er ganz gerne machen würde. Ich stimme dir aber zu, René, es gibt aktuell einfach nichts, was rational dagegen sprechen würde, weiter mit Silva zu verfahren, der sich das erarbeitet hat und wir haben trotzdem dann mit Paciencia jemanden, und das ist auch mega geil, der mit den Hufen schart. Der natürlich dann auf jeden Fall immer seine Chance suchen will. Du merkst auch, wie sauer er war, als ihm das Tor dann nicht gegeben wurde. Aber das ist für mich genau diese richtige Ehrgeiz, der hat seinen Vertrag verlängert, der hat auch mal trotzdem einen kleinen Anpfiff von Hütter bekommen, so nach dem Motto, naja, du bist jetzt, du zeigst mir aber momentan genau nicht die Reaktion, die ich will, jetzt ist es plötzlich da. Ich glaube, da ist viel Gutes dabei, aber Silva hat es sich verdient und ich habe ehrlich gesagt, da bockt Silva mal gegen eine stärkere Mannschaft, also wie er das in Ansätzen gegen Leipzig gezeigt hat, also nochmal gegen eine stärkere Mannschaft zu sehen, denn das Potenzial blitzt immer wieder auf. Wir sehen, diese Woche war gut, vielleicht können die guten Wochen des Silvers einfach nochmal über eine Woche hinaus verlängern. Ich bleibe nach wie vor bei meiner Einschätzung, dass der Typ eine ganze Menge Potenzial hat, das aber bislang so nicht auf dem Platz zeigen konnte, weil er vielleicht noch nicht so richtig mit der Umgebung warm geworden ist, weil er vielleicht noch nicht so richtig mit der Spielweise in der Bundesliga zurecht kam, auch verletzungsbedingt noch nicht so richtig fit war. Also ich glaube, dass da einfach noch viel mehr drinsteckt und dass wir da einfach auch ein bisschen mehr Vertrauen haben müssen und wie du schon richtig angesprochen hast, Marvin, Paciencia ist einfach auch gerade heiß drauf, Tore zu schießen und ich glaube, wenn du so einen dann in der 70. Minute, wenn es irgendwie gerade unentschieden steht, auch nochmal da auf den Platz bringt, der bringt da auch nochmal genügend Motivation mit, da so ein Spiel dann auch nochmal über die letzten 20 Minuten ordentlich nach vorne zu reißen. Das ist auch so ein Joker-Ding, das sollte man sich auch ein bisschen bewahren. Stimmt. Wie lange hat Paciencia jetzt Vertrag bei uns? Bis 23? Bis 23 meine ich, ja. Bis 23. Eine gute Sache, dass du den erstmal verlängert hast. Das kommt natürlich jetzt auch für ihn zu einem ganz guten Zeitpunkt. eine gute Hinrunde gespielt, aber noch nicht 100% jedem Team für die Eintracht. Das ist aber allein in Sachen Kultivität schon mal eine wichtige und eine gute Sache. Ich glaube, da hat die Eintracht trotzdem einen sehr guten Schnitt gemacht, auch um, ja, für Sicherheit zu sorgen. Ich bin so gespannt auch schon auf die nächste Saison, wenn da mit Ache ein weiterer Stürmer kommt, der auch sich erstmal einfinden muss, ein Stück weit jünger ist, aber gleichzeitig auch zu einer Option werden kann. Da zeigt sich jetzt schon, dass auch die nächste Saison irgendwie spannend werden dürfte. Aber wenn du die zwei schon mal sicher hast, das ist auch schon mal cool. Und ja, aber wie gesagt, für Freitag gehen wir erstmal mit Silva und schauen dann, ob wir vielleicht nachjustieren müssen und Patienzer bringen können und sollten. Oder vielleicht auch wirklich dann mal, vielleicht überrascht er uns auch ein Spiel doch tatsächlich mal mit zwei Stürmern. Wäre ja auch nochmal so eine Variante, also die beiden Portugiesen da vorne zu sehen. Auf jeden Fall sauerrogant gegen Dortmund, alles nach vorne. auf der anderen Seite, ich meine, wie du schon sagst, was hast du denn am Ende zu verlieren? Ja, also du weißt, du wirst so oder so das eine oder andere Portugieren. Also damit rechnet, glaube ich, keiner. Das ist tatsächlich mal eine Idee. Ich bin gespannt. Also die Idee gefällt mir auf jeden Fall. Ich meine, du kannst ja auch wirklich dann, je nachdem, wenn du jetzt mal angenommen, du sagst, Engacinovic ist nicht fit. So, und einen Kamada willst du aus Gründen auch nicht bringen. Dann änderst du dein System und gehst nicht mit einem 4-2-3-1, sondern gehst mit einem 4-2-2-2 und spielst tatsächlich halt einfach mit zwei Spitzen und einem Kostic und einem Chancellor auf der Außenbahn. Warum nicht? Also, mein Gott. Interessant, aber ich glaube, da ist Hütter zu sehr Fanboy von So, der dann wahrscheinlich reinrückt, aber gut. Ja, ich glaube, ist schon interessant. Ist schon interessant, auf jeden Fall. Allein, dass wir jetzt schon drüber reden, dass du mal Optionen hast und dass du außer von wegen warum nicht auch mal mit einer gewissen Grundarroganz in so ein Ding irgendwie reingehen, warum nicht? Nein, geiler. Das hatten wir in den letzten Wochen nicht. Ist doch eine echt geile Ausgangslage. Und tatsächlich, wie du sagst, die Möglichkeit besteht, du hast Potenzial auf der Bank. Warum sollte man nicht, falls der Spielstand, es kann ja auch sein, dass wir mit sehr vielen langen Bällen arbeiten und du vorne sehr viel Strafraumtätigkeit hast, brauchst du vielleicht nochmal einen großen Stürmer, stellst noch einen dabei, Silva, der vielleicht noch so ein bisschen wuselt und ja auch gezeigt hat, dass er Kopfbälle verarbeiten kann, warum nicht? Also ja, klar, logisch, schauen wir mal, wie der Spiel verlangt ist. Das wird auf jeden Fall äußerst interessant. Ich freue mich jetzt schon auch so ein bisschen auf das Duell Hinteregger gegen Haaland, wenn der Österreicher dem Norweger mal zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Also das wird verspricht, ein großer Fußballabend zu werden. Ja. Mal gucken, ob wir das jetzt, ob das dem Hype, den wir jetzt hier versprüht haben, gerichtet werden. Das werden wir allein jetzt schon sehen, wenn jemand nämlich sagt, wie ihr Ergebnistipp technisch unterwegs seid. Ja, auch ich sage, dass wir wirklich nicht verlieren. Man sagt, dass es ein lustiges, bisschen weilen auch, ja, wie soll ich sagen, erlebnisreiches 2-2 wird. Okay. Dennis? Gut, ich gehe fast mit, ich sage aber tatsächlich, dass wir glücklich 3-2 gewinnen. Und ich sage, den Tipp hatte ich vorher schon so eingetragen, also unentschieden wäre für mich schon ein großer Erfolg und ich sage, am Ende sehen wir 6 Tore, es geht nämlich 3-3 aus. Hui. Okay, gut. Freue ich mich schon drauf. Freue ich mich schon drauf. Also von den Wettquoten ist es auf jeden Fall so, dass wir einiges, unsere Tipps würden uns einiges an Gewinn bringen. Ich glaube, 5er und 7er Quoten, also es ist nicht so schlecht. Sehr gut. Ja, schauen wir mal, wie das ist. Wenn Sie mehr über Wettquoten erfahren wollen, dann empfehlen wir Ihnen an dieser Stelle schon mal vorsorglich das Wettbrötchen. Wettbrötchen, genau. Die Kollegen werden sicherlich auch über dieses Spiel diese Woche irgendwie reden. Über ein anderes Spiel, über das wir noch reden müssen, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, ist die nächste Runde im DFB-Pokal, auch wenn jetzt gerade erst ausgelost worden ist und das noch ein ganzes Stück hin ist, vielleicht schon mal so grob eure Einschätzung. Nächster Gegner eben Bremen im Viertelfinale. Wir spielen immerhin zu Hause, das ist ja schon mal gut. am 4. März und wir kriegen das 2045-Spiel, was dann auch noch live in der ARD, glaube ich, ausgetragen wird. In der ARD, ja. Ähm, Sky. Was ist für eurer Meinung zu dem los? Ist das gut, schlecht? Ist das so? Nee. Also, meine, sorry, musst du erst mal, ich muss so kurz niesen und deswegen habe ich ausgemacht. Ja, alles gut. Weil ich versuche euch ja nicht in der Verzückung der Art zu versetzen, dass ihr meine Nieser mittert. Ja, also keine Handdeckungsgefahr in diesem Podcast, sehr gut. Nee, das, das, äh, das probieren wir natürlich einigermaßen irgendwie zu verhandeln beziehungsweise zu verhindern. Ähm, nee, ganz kurz, ich glaube tatsächlich, dass das ein richtig geiles Los ist. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, dass wir so kurze Zeit hintereinander zweimal den, äh, SV Werder Bremen haben, erst auswärts, dann zu Hause. Das ist uns aber gegen Leipzig schon recht gut gelungen in der relativ kurzen Distanz. Ähm, was mir hier gut gefällt und was wichtig ist, ist natürlich der Heimvorteil. Gerade im DFB-Pokal ist das eine coole Nummer. Wir haben Leipzig ausgeschaltet. Warum sollten wir jetzt nicht, äh, in Bremen ausschalten, bei denen ich mich fast ein bisschen wundere, dass sie sich, ich kann es natürlich nachvollziehen, dass sie sich über einen weiterkommenden DFB-Pokal gefreut haben. Wenn du aber siehst, wie die Performance gerade in der Liga ist, bin ich ein bisschen skeptisch, ob sie überhaupt in dieser Zeit, in der sie dann sein werden, äh, den Kopf dafür haben, im DFB-Pokal zu performen. Das kann für uns ein bisschen vorteilhafter sein, weil wir, wenn alles gut läuft, bis dahin noch mehr Punkte gesammelt haben werden und dementsprechend entspannter da, äh, zu Hause dieses Spiel bestreiten können. Ähm, ich finde es ein gutes Los. Natürlich wäre, hätte es immer einfacher gegeben, aber ich denke, es ist machbar. Äh, die, die, die Bremer sind, wie wir auch schon gemerkt haben, auf jeden Fall bespielbar. Es hat mich, in der Hinrunde hat mich das alles so ein bisschen gewurmt, weil Bremen, das, wenn ihr euch erinnert, war dann unglückliche Punkteteilung, das versuche ich dann auch in der Rückserie jetzt wieder wettzumachen und zu Hause haben wir dann erneut die Möglichkeit, ja, noch eine Runde weiterzugehen. Das ist auf jeden Fall machbar, wenn ich mir die Mannschaft angucke, die nicht, die ist nicht so super zusammengestellt. Da gibt es natürlich Leute wie Selke, der mir auch mega auf den Sack geht, alleine auf dem Platz. Das ist ein unangenehmiger, nerviger Spieler. Ja, aber bei dem ist es egal, bei welchem Verein der ist, der geht einem eigentlich immer kolossal auch drauf. auf jeden Fall, deswegen, ich glaube tatsächlich, dass wir hier sehr, sehr gute Chancen haben und ich freue mich über ein echt gutes Los zu Hause, gegen einen guten Gegner, weil man muss auch sagen, hätte es irgendwie gegen Union, das wäre auch cool geworden, aber es ist auch unter der Woche, da hätte es da theoretisch mal ein bisschen weniger ausverkauft sein können, aber ich kann es dir vorstellen, gegen Bremen, da wird der Laden voll sein und da wird jeder bekommen. Insofern bin ich da sehr, sehr zufrieden. Gehe ich voll mit dir, Marvin, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Los, ich habe noch, wie gesagt, Schalke, Bayern oder Leverkusen, wäre so, wo man ja noch mehr gesagt hätte, ach du je, das hätte es ja jetzt nicht sein müssen, zu Hause richtig cool und ansonsten muss man ja wirklich sagen, Düsseldorf hat uns ja jetzt nicht unbedingt so gut gelegen, wäre natürlich schön gewesen, hättest du hier die Revanche zu Hause noch mal spielen können, ist natürlich jetzt nicht der Fall gewesen. Mit Bremen, du hast richtig gesagt, wir haben so viele Probleme, die Spielweise ist definitiv noch überhaupt nicht ausgegangen und ich glaube auch tatsächlich und ich hoffe auch tatsächlich, dass sich daran bis zum 4. März nichts mehr ändern wird. Dementsprechend sehe ich tatsächlich die Chancen relativ hoch. Ich finde es cool, dass es auch das Mittwochabendspiel geworden ist, das heißt 20.45 Stadion, auch für viele die Möglichkeit, nach der Arbeit entspannt dorthin zu gehen und Bierchen zu trinken, ist wirklich eine coole Sache. Ja, das war gegen Leipzig sowas von nervig, diese 18 irgendwas Anstoßzeit, wo du dann da nicht irgendwie was hinkriegst und irgendwie alle von der Arbeit nach Hose gehetzt oder das Stadion, also das ist so eine unnötige Anstoßzeit, Pfi Deiwi. Du hast vollkommen recht, aber die haben sie trotzdem ganz gut abgefehlt, aber die Sache ist die, wie sieht es denn bei euch aus? Denkt ihr, dass bis dahin noch auf der Trainerposition etwas passieren könnte? Bei Bremen? Ja, es ist ja Kofeld wackelt schon, denke ich dann. also der steht halt immens unter Druck, der liebe Herr Kofeld und die haben halt bis dahin auch noch das ein oder andere Spiel, wo man jetzt auch sagen muss, da werden jetzt auch vielleicht nicht so massenweise Punkte für die rausfallen, die spielen jetzt am Wochenende gegen Leipzig, dann spielen sie die Woche drauf gegen Dortmund, mit denen haben, da hat Dortmund noch eine Rechnung offen, weil Bremen sie ja aus dem Pokal rausgeschmissen hat, also und wer weiß, wenn wir jetzt sagen, Dortmund entlässt den Trainer nach unserem Spiel und dann ist ja vorher auch noch das Champions League Spiel gegen, Namen hier einfügen, Paris, also die werden halt auch wahrscheinlich ziemlich heiß sein und wollen da in Bremen da das eine oder andere abliefern und dann spielen sie gegen uns, also so angezählt, wie Kofeld momentan ist, könnte ich mir schon vorstellen, wenn die beiden Spiele jetzt in die Binsen gehen und da ist ja durchaus eine hohe Wahrscheinlichkeit dabei, dann ist das mit Kofeld halt auch weg. Ich gehe fest in der Annahme, dass wir mit ihm in die 2. Liga gehen. Echt? Ja, deswegen, ich fand das total interessant, weil ich glaube, es gibt auf dem Markt wenig mit Potenzial, wo es besser werden könnte. Also es ist jetzt hier kein gutes Deutsch, das mir gerade aufgefallen ist, jetzt meine Güte. Hättest du es nicht gesagt, wäre es besser, dann könnte man lachen. Nein, also mir geht es darum, der Markt geht momentan relativ wenig her. Wenn ich mir angucke, die Hertha hat jetzt damit zu arbeiten, dass jetzt Klinzi weg ist. So, das heißt, wer könnte für Klinsmann, okay, natürlich wird jetzt erstmal Nuri zumindest für ein Spiel bleiben, aber ansonsten suchen die nach jemandem. Wer mir da einfällt, könnte Labbadia sein. Labbadia, Hertha, nachdem jetzt Kovac schon abgesagt hat, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht Labbadia in Frage kommt. Labbadia hat natürlich auch Kontakt emotionaler Sicht nach Bremen, hat ja mal dort gespielt, das würde auch passen. Ich glaube aber, dass sowohl Labbadia das nicht will, als auch Bremen momentan einfach die Alternativen nicht sieht und dieses Gerüst nicht aufbrechen will und jetzt nur jemanden holen will, bei dem sie sagen, okay, das kann jetzt unser Feuerwehrmann sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die wirklich an ihren Kofeld glauben, was sie hat das ja hier in einigen Folgen schon mal kritisiert, der auch gemeint hat, dass Kofeld überhaupt nicht der Trainer ist, von dem er immer gemacht wird, kann ich auch nachvollziehen, sehe ich nämlich genauso, aber ich glaube, Bremen bleibt dabei und deswegen wird er nicht entlassen. Ja, also gehe ich nicht hundertprozentig mit Marvin, ich weiß, ich sehe den Punkt schon, den du siehst, wenn du es rational betrachtest, macht es eigentlich keinen, Sinn wieder, trotzdem musst du sagen, es sind noch, glaube ich, nachdem sie gegen uns gespielt haben im Pokal, sind es, glaube ich, noch zehn Bundesligaspiele. Das heißt, du hast wirklich eigentlich noch ordentlich Rambazamba-Zeit, um auch ein bisschen einen Effekt mit reinzudringen. Ich muss wirklich sagen, das wäre tatsächlich mal Respekt an Bremen, wenn sie das wirklich dann bis zum Ende durchziehen. Ich glaube aber, dass da auch dann ordentlich Druck von außen kommen wird, wenn sie tatsächlich gegen uns ausscheiden und vorher eventuell dann auch noch in der Bundesliga verlieren, ich glaube, dann wird es wirklich eng für Kohfeldt und dann hast du theoretisch zehn Bundesligaspiele ist halt schon noch ein bisschen was. Kannst du noch ein bisschen was machen. Du bist ja auch noch nicht, tabellarisch, muss ich gerade mal gucken, wo stehen sie denn? Akka stehen sie auf Platz 17 mit 17 Punkten, ein Punkt vor Paderborn und punktgleich mit Düsseldorf auf dem Relegation. Vier Punkte weg von Mainz, genau, okay. Also das ist natürlich, muss man schauen, das wird natürlich nicht besser bis dahin, wenn jetzt wirklich nicht mehr gepunktet wird und ihr habt es ja schon gesagt, gegen Leipzig und gegen Dortmund wird es wahrscheinlich auch für Bremen nicht so einfach werden. Also ich denke schon, dass wenn du dann handeln willst, dann musst du es spätestens nach dem Spiel oder in der Region bei uns machen, weil danach gehe ich voll mit dir mit, wenn du dann noch gegen Berlin und so weiter deine Punkte nicht geholt hast, dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Wenn du aber tatsächlich den Trainerwechsel noch irgendwie im Hinterkopf hast, da eventuell einen Effekt mit reinzubringen, wird es wahrscheinlich so um unseren Spieltag rum oder in der Pokalpartie dann wahrscheinlich der Fall sein, dass Kohfeldt gehen muss. Aber du hast schon rationale Punkte angebracht, da gehe ich mit. Ich wollte ja eure Meinung wissen, das muss ja nicht immer in Einigkeit enden. Also wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Deswegen finde ich das spannend, auch eure Meinung, dass ihr zumindest sagt, nee, nee, da könnte schon noch was passieren. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch was passiert, aber ich gebe auch definitiv Dennis recht, wenn du einen Trainerwechsel vollziehen willst, Schrägstrich musst, dann ist so 24. vielleicht noch 25. Spieltag, das ist so die letzte Variante, weil danach ist es halt einfach von der Wahrscheinlichkeit damit sich noch irgendwie da ans rettende Ufer zu bringen, echt zu gering. Also von daher irgendwas so um den Dreh rum wird passieren, wenn sie das tun. Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil irgendwann, klar, der hat noch einen Vertrag und der ist so ein bisschen, kommt aus diesem ganzen Prima-Kosmos und der passt wahrscheinlich auch irgendwie ganz gut zu dem Verein, aber das hilft dir halt auch nicht, wenn du ja eigentlich drauf ausgelegt bist, halt auch Erfolge irgendwie zu erzielen. Schauen wir mal. Also ja, ich kann eure Seiten verstehen, ich finde es cool, dass wir uns da mal ausgetauscht haben, weil das für mich so ein interessanter Faktor ist, weil Bremen auch die Möglichkeit hat, daraus zu diesem anderen Bundesliga-Verein, den sie ja selber ganz gerne sind, auch weiterhin sich dementsprechend zu kultivieren und zu sagen, nein, wir bleiben anders, wir folgen nicht den üblichen Mechanismen der Bundesliga und vorher nicht unseren Trainer, wie drei Viertel der anderen Vereine das tut. Also es wäre definitiv ein Statement, das du als Verein bringst, wie du schon sagst, zu sagen von wegen, wir glauben an unser Konzept und wir glauben deswegen auch an unseren Trainer und werfen jetzt hier eben nicht vorzeitig die Flinte ins Korn, ist definitiv ein Statement, bringt dir halt dann unterm Strich wahrscheinlich erfolgstechnisch und das willst du halt als Sportverein halt auch haben, Erfolge, bringt dir wahrscheinlich dann die goldene Ananas. Genau, schauen wir mal. Gut, es wird auf jeden Fall mega interessant sein zu sehen, wenn wir gegen sie spielen, auf welchem Tabellenplatz sie sind, wir können sie ja teilweise sogar noch weiter in die Scheiße rühren, auch ein paar Tage vorher, stell dir mal vor, Doppelniederlage gegen die Frankfurter Altbracht, das heißt, würde für uns eigentlich schon ein Narz hier bedeuten, ich meine, wir sind ja jetzt schon wieder gut dabei im DFB-Pokal, wie cool das jetzt auch einfach ist, dass wir ganz gegen Leipzig durchgesetzt haben, das jetzt die Möglichkeit besteht, mit ganz, ganz wenigen Spielen schon wieder nach Berlin zu fahren und nicht nur um den Cleanseed zu grüßen, sondern um vielleicht wieder was Großes zu erreichen. Die Eidrat hat alle Chancen. Also ich würde gerade sagen, wir haben ja durchaus Chancen und wenn man sich mal anguckt, welche Partien da sonst noch in dem Viertelfinale da so unterwegs sind, du hast Saarbrücken gegen Düsseldorf, du hast Schalke gegen Bayern, du hast Leverkusen gegen Union, also da kann es auch noch so das ein oder andere Überraschungsergebnis geben und dann könnten da noch so ein paar richtig interessante Partien am Ende rausfallen. Auf jeden Fall. Also es ist doch geil, es ist doch schön, der DFB-Pokal macht wieder Spaß. Du sagst es vollkommen richtig, ich meine, diese Viertelfinale-Partien, die sind allesamt, ey, ganz ehrlich, ich habe echt das Gefühl, dass Saarbrücken tatsächlich auch weiterkommen kann gegen Fortuna Düsseldorf. Warum denn nicht? Wir spielen wieder zu Hause und dann hast du im Halbfinale einen Viertelgisten, der natürlich auch extrem ambitioniert ist. Wir sehen gerade, wie Saarbrücken natürlich auch versucht, jetzt diesen langen Kampf aus den Amateur, aus der mehr oder weniger Amateur-Liga, aus der vierten Liga wieder hochzukommen. Also es ist ja keine Amateur-Liga, aber ihr wisst, was ich meine, die Viertel-Liga ist trotzdem an der Schwelle zwischen Amateur- und Profifußball, weil gerade auch, wir sehen das bei den Kickers Offenbach, die sehr damit zu halten und haben momentan irgendwie auf der Zehn sind. Was fällt denn extrem schwer? Finanzmittel, die dazu verfügen, sind echt zu kosten. Finanzmittel extrem problematisch. Guck dir den FSV Frankfurt an. Wir waren ja froh, dass wir letztens die Franzi mal dabei hatten, die uns mal wieder ein bisschen einen Einblick darüber gibt, wie es auch beim FSV läuft. Du siehst natürlich, Saarbrücken ist ganz klar Tabellenführer mit 49 Punkten. Die haben ein Ziel. Die rocken momentan alles. Die haben momentan auch dieses Ziel, wirklich jetzt in die Drittliga zu kommen. Aber wie geil ist das, dass die gerade auch das Geld, das brauchen die natürlich auch vom DFB-Pokal, bekommen, um dann auch in der nächsten Spielzeit, wenn alles gut läuft, dann in der dritten Liga, sich dementsprechend zu rüsten, damit sie als Drittligist, als einziger Drittligist aus, logischerweise, aus Saarbrücken, aus dem Saarland dann auch mal wieder performen können. Das ist ja ein Traditionsverein tatsächlich. Ich bin sehr interessiert daran und kann mir echt vorstellen, dass da gegen Düsseldorf was geht. Schalke hat auch noch nicht verloren zu Hause gegen die Bayern. Ja, und Leverkusen Union, da könnte ich mir auch Union gut vorstellen. Und dann plötzlich haben wir mal Finale Eintracht-Union und dann haben wir die auch weg und dann das DFB-Pokal-Finale. Das wäre echt ein mega geiles Finale, wenn es dazu kommen würde, Eintracht gegen Union im Olympiastadion in Berlin. Also ich glaube, so voll hast du die Bude da auch noch nie gesehen. Ja, wird aber dann richtig, also wird ein knackiges Ding, aber das wäre natürlich für beide Mannschaften ein richtig geiler, richtig geiler Fußballabend. Ich weiß, wir halluzinieren hier schon ein bisschen, das hängt auch mit meinen Medikamenten wahrscheinlich zusammen. Aber so Dinge abgegeben, heimlich. Ja, Logo, die schicke ich dir über mein Mikrofon. Aber ich denke, das kann man ja auch mal tun. Das sind so die schönen Fußballmomente und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich wollte gerade sagen, also das wäre dann, also jetzt mal, ohne jetzt davon auszugehen, dass das nachher Realität wird, aber allein so eine Paarung in so einem Wettbewerb, das wäre halt auch wirklich so ein Ding, wo man sagen würde, da hat der Fußball gewonnen, dass sowas stattfindet, da wird so viel Interesse würde es an sowas geben, aber am Ende dann wieder irgendwie Leverkusen gegen Bayern sehen, also das will halt auch keiner. Also außer vielleicht die 30 Leverkusen-Fans und die ganzen Bayern-Fans, aber das war dann halt auch schon. Naja, wir gucken mal, wir gucken mal. Bei den Bayern, ich setze mittlerweile auf die Bayern, dass die wenigstens die Meisterschaft holen, wenn es der BVB schon nicht... Ja, die Diskussion hatte ich die Woche in der Firma halt auch tatsächlich schon, wo ihr auch gesagt habt, also ganz ehrlich, da ist es mir zweimal lieber, die Bayern holen die Meisterschaft, das hatten wir ja auch schon mal besprochen in der Runde, da weiß er halt wenigstens, was du hast, dass Braco da irgendwie den Pokal hochhält, das ertrage ich da noch irgendwie, wenn da andere Personen da irgendwie die Meisterschale hochhalten, da weiß ich nicht, ob ich das wirklich ertragen würde. Und da sind wir auch, zumindest wenn ich so mit Fans aus oder mit Sympathisanten anderer Vereine spreche, da sind wir auch nicht die Einzigen. Nee, das ist so. Ja, ja, ist so. Also, ja, wir müssen, wir haben ein schweres Los, aber vielleicht überrascht uns ja doch noch die eine oder andere Mannschaft. Der BVB kann es jedenfalls nicht sein, die werden nach ihrer Niederlage gegen Frankfurt erst mal ihre Wunden lecken und sehen müssen, wie es weitergeht. Gladbach kann ja erst mal gegen Köln noch nachlegen. So, alles klar. Stimmt, die haben ja das Nachholspiel noch. Schauen wir mal. Grüße an die Kölner, Entschuldigung für den kleinen Hit. Ja, schauen wir mal. So, dann lassen wir uns mal ganz schnell noch die Sektion heute vor 20 Jahren abhandeln und dann gibt es noch einen Umwelt-Tipp von Dennis und dann machen wir hier danach auch den Laden dicht, damit der liebe Marvin dann auch ins wohnverdiente Eierbettchen kommt. Aber jetzt gucken wir erst mal zurück auf die Saison 99-2000. So, und dann sprechen wir jetzt über den 21. Spieltag der Saison 99-2000. Nochmal für die Menschen, die ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis haben. Wir haben letzte Woche über den 20. Spieltag Obwesley gesprochen und da hat die Eintracht 3 zu 2 gegen den MSV Duisburg gewonnen. Das zweite Spiel in Folge, was gewonnen werden konnte unter dem neuen Trainer Felix Magath. Und dann geht es am 21. Spieltag ran zu Hause gegen den TSV 1860 München. Ja, die waren damals noch am Profi-Spielbetrieb beteiligt. Und wir durften, wie gesagt, an Samstag Mittag ran und das Spiel endete nach Toren von Kutschera, Held, Schrot und dann in der 55. Salou mit einem 3 zu 1 für die Eintracht. Das heißt, das dritte Spiel in Folge gewonnen. Und ja, wie gesagt, das erste Pura... Hat Werner Lorand natürlich Trainer von 1860. Hatte 1860 jemals einen anderen Trainer als Werner Lorand, frage ich. Gute Frage, ja. Also der gehört da doch schon, also der war doch irgendwie kurz vor Inventar. Ich weiß nicht, wie lange der da war, wir müssen gleich nochmal nachgucken. Aber der, ich kann mich an keine wirkliche Zeit von 1860 erinnern, in der nicht Werner Lorand da Trainer war. Genau, also die Tore machten Kutschera, der ja auch ein ehemaliger 1860er ist. Dann Held, der ja auch vorher mal bei 1860 gespielt hat. Dann gab es eben den Anschlusstreffer von Schrot in der 36. und dann in der 55. nächsten das 3-1 von Salou. Auch interessant bei dem Spiel. Marco Gebhardt hat an dieser Stelle wieder zwei Vorlagen gegeben, nämlich einmal für das Tor von Held und einmal für das Tor von Salou. Nicht schlecht. Ja. Die komplette Aufstellung der Eintracht sieht sah wie folgt aus. Im Tor Dirk Heine, nicht Nikolov. Davor in der Abwehr Kutschera Hupchev-Kracht, davor Razewski, davor Werber, äh Weber. Ich fange schon an, auch komisch zu sprechen. Auf den Außenbahnen Gebhardt und Sobocki und dann in der zentralen offensiven Position Held und vor ihm Reichenberger und Salou. Und die Aufstellung von 1816 sah wie folgt aus. Hoffmann im Tor, davor Greilich und Kurz. Zelic auf den Außenbahnen Czerny und Czizik, davor Tapalovic, Riedl und Icke Hessler. Ach wie. Und vorne im Tor Winkler und Schroth. Wow. Okay. Meine Güte, da sind ja echt einige Granaten dabei. Ich finde es interessant, für uns hat ja Kutschera getroffen, der ja auch eigentlich aber eine richtig krasse 1860-Vergangenheit hatte. Tatsächlich, ne? Das ist ein Spieler, der auch relativ lange dort gespielt hat. Ich finde, unsere Aufstellung ist teilweise immer noch ein bisschen, ja, abenteuerlich tatsächlich. Aber was halt natürlich ganz gut ist, mit Heinen haben wir dann eine sichere Bank hinten. Der hält den Laden dicht. Dicht und, naja, mit Kracht. Wir haben ja letztens schon über den Betrieb gesprochen. Da musst du auch erst mal viel Mut zusammennehmen, wenn du gegen den angehst, ne? Ja. Also ich war noch mal, Kutschera hat 58 Spiele vorher für 1860 gemacht. Kutsche! Ja. Bei Kutschera ist mir immer aufgefallen, dass er irgendwie so ein Ohrring entweder links oder rechts hatte. Das weiß ich nur noch. Also auch irgendwie kein unsympathischer Typ gewesen. Auch so ein bisschen habe ich erst immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ach, er ist so ein bisschen ein simpleres Gesicht gewesen tatsächlich. Also mit 1860 hat schon ganz gut gepasst. Aber die Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, wie sind wir denn jetzt in der Tabelle? Bevor wir dazu kommen, kommt erst mal die Frage, die ich euch stelle. Von wann bis wann war denn Werner Lorand Trainer bei 1860? Zehn Jahre war er Trainer. Also, boah. Von wann bis wann, aber puh, das ist eine gute Frage. 94 bis 2004. I don't know. Ja, ist nah dran. 1.07.1992 bis zum 18.10.2001. Also nicht ganz zehn Jahre. Ihm hat tatsächlich so ein Dreivierteljahr gefehlt. Aber dort ist schon eine ordentliche Zeit. Danach ist er zu Ahlen gegangen. Und dann war er noch mal für ein paar Monate Trainer bei der Spielvereinigung unter Haching. Ah, okay. Alles klar. Okay. Ich sehe es gerade. Was? Von 24.03. bis 4.10. Was ist das denn? Ja, ich sage, das waren ja so sieben Monate. Der kam wahrscheinlich irgendwie so zum Ende der Spielzeit. So ein klassischer Feuerwehrmann-Trainer, so irgendwie für die letzten sechs, sieben, acht Spiele. Und dann, ja, Klassiker, hat halt irgendwie Abstieg verhindert oder irgendwas. Kriegt dann Anschlussvertrag und dann stellt er irgendwie fest, war halt vielleicht dann doch irgendwie die blöde Entscheidung. Und dann muss er halt irgendwie nach, weiß ich nicht, was sind das, sieben Spieltagen oder irgendwas so grob dann wieder gehen. Aha, okay. Ja. Irgendwie nicht so geil. Interessant, ja, ja. Also Laurent, ich meine, Laurent, der gute Herr, der hat uns ja damals auch den einen oder anderen Spieler mal empfohlen. Ich weiß noch, wisst ihr das noch? Ja, das war ja auch, der ist besser als der Gommes und die anderen zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wer da empfohlen wurde. War das ein Dorsch-Komar, war es nicht? Ich meine, das müsste Komar gewesen sein, ja. Glaubst du, es war Komar? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist auch echt skurril gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber, ja, also merkwürdiger Trainer, aber natürlich auch so ein echt so ein Trainer-Original in der Bundesliga. Wirklich so einer der ersten Trainer, die mir halt mit ihrer Mähne, der natürlich irgendwie ganz gut zu den Löwen gepasst hat, so 1860 auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind. Ja, spannendes Kerlchen tatsächlich gewesen. Ich bin aber tatsächlich ganz froh, dass er nie Trainer der Frankfurt-Eintracht war. Ah. Ich war mit meinem zweiten Reflex gar nicht so verkehrt. Es war Quäke. Quäuke. Ah, Quäke, ja, genau. Leonard, Quäuke, besser als Gommes und Grafit. Quäuke, ein großer Rohdiamant, ja, groß war er definitiv. Spekulatius war es auf jeden Fall, ja. Stark, stark. Der hat ja so spekuliert, immer bei jedem Ball. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Quäke, ja. Oh je, oh je, oh je. Ja, siehst du mal. Oberschenkel wie andere Menschen-Oberkörper. Aber gut, ich meine, als Spieler war der Werner Laurent ja auch bei der Frankfurter Eintracht. Zum Trainer hat es dann nicht gereicht. Aber ich glaube, er war ja sogar bis zuletzt, war der ja immer noch so ein bisschen als Trainer unterwegs, ne. Ich glaube, der ist ja noch mal ein bisschen rumgewuselt, sei es, ich glaube, der war mal im Ausland mit der Türkei, weiß ich. Und dann ist es auch irgendwann noch mal, oh, was war denn das? Ich glaube, es war Slowakei. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, es war Slowakei. Da müssen wir noch mal nachgucken. Hat er dann irgendwie, ähm, Alter, lass mal gucken. Hier, Stationen, Türkei, Südkorea, Zypern und Iran. Ah, okay. War er unterwegs. Genau, ab Januar 2002 trainiert der türkischen Spitzler Ferner Batsche. Aha. Ab Oktober 2000, äh, nee, warte mal, da im Dezember, das hätten wir aus, wurde aber dort sofort von seiner Zeit Ahlen für den Zweit-Bundesliga-Gästen. Also er ist dann nach Ahlen gegangen, von der Türkei. Dann war er ab Oktober 2003 war er bei Inichon United, das müsste ja dann irgendwie Südkorea dann irgendwie sein, genau. Ja. Dann März 2005 bis Mai 2005 bei Apol Nicosia. Naja, und so immer weiter. Zieh wir es vor, aber hat er nicht auch, war da nicht auch noch irgendwas mit irgendwelchen Jugenddingern, die er dann da irgendwie gemacht hat? Da meine ich mich noch an irgendwas zu erinnern. Das war das Letzte, was er jetzt gemacht hat, wo er irgendwelche Kinder, Jugend, Fußballcamps begleitet hat. Naja, aber er ist dem Fußball weiter treu geblieben, kann man sagen. Übrigens, wir machen gleich weiter, ich hatte nämlich doch noch einen Spieler. Ja. Du musst dann gleich den anderen einspielen. Ich mach den anderen noch. Hier geht es aber auch irgendwann schnell bergab. Ab dem 27. Juni 2009 ergänzte Loran zusammen mit Rainer Kallmund das Kompetenzteam in, Achtung, jetzt kommt's, Oliver Pochers Fußballcastingshow Sportfreunde Pocher. Das tut so ein bisschen weh. Mit dem Untertitel Alle gegen die Bayern. Das ist auch schön hier. Genau, und ich hatte recht, hier unten steht es als letzten Satz, dass einiger Zeit lebt Loran auf Mallorca in den Sommermonaten, aber in einem Apartment auf einem Campingplatz am Wagingsee. Dort gibt er Trainingsstunden für Kinder, genau. Ich hatte nämlich noch eine Erinnerung, dass ich irgendwann was gelesen habe, dass der so ein Kinderfußballcamp dann immer mal wieder macht. Waging am See, was ist das denn? Das ist da irgendwo im oberbayerischen Landkreis Traunstein ist das. Okay, interessant. Das hast du natürlich jetzt einfach so gewusst. Nee, ich hab die Wikipedia-Seite natürlich offen. Genau. Der Benedikt postet auch gerade noch einen Link in den Chat. Werner Loran auf dem Campingplatz, genau. Natürlich zum 70. Geburtstag steht er da und wie man ihn nicht anders erkennt, mit der Fluppe in der Hand. Großartig. Ja, da war ja gerade eben noch die Frage von dir offen, wenn ich sie nicht hier schon wieder zugemacht habe, wo beendet die Eintracht diesen 21. Spieltag in der Tabelle gesehen? Nicht auf, sondern in der Tabelle gesehen. Leider immer noch auf Platz 16 mit 20 Punkten und damit drei Punkte hinter dem rettenden Ufer, dem 15. Tabellenplatz, der belegt wird von Hansa Rostock. Okay, aber gut, mit Magia Maggert geht es mit Sicherheit aufwärts. Ja, schauen wir mal. Wir werden das weiter verfolgen, wenn wir nächste Woche sprechen über den 22. Spieltag und da müssen wir zum Tabellenführer seines Zeichens, den anderen Verein aus München, nämlich den FC Bayern München. Und da sprechen wir aber im Detail dann nächste Woche drüber. Jetzt sprechen wir erstmal über ehemalige Spieler und dafür brauchen wir jetzt erstmal den Jingle. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich, ja, was macht eigentlich, was macht eigentlich, was macht eigentlich, was macht eigentlich, die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich der, du weißt schon, wen ich meine, mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Da bin ich gespannt, wen du da jetzt sehr spontan rausgesucht hast und ich habe schon wieder die Befürchtung, ich werde nicht drauf kommen. Naja, schauen wir mal. Der gute Herr war zu einer Zeit bei der Frankfurter Eintracht und zwar, er hat eine interessante, wirklich interessante Wieder. Ich sag euch jetzt erstmal, seine Zeit bei der Frankfurter Eintracht, das war von 1996, ja. Okay. Okay. Und zwar vom 01.01.1996 bis zum 01.07.1996. Fakt ist also, er war nur ein halbes Jahr in Frankfurt. Quasi die Rückrunde. Genau, sehr gut. Ich merke, du schaust, du hörst zu, du bist teilnehmend, ja. Bis dahin komme ich noch mit, ja, okay. Das ist sehr gut. Er kam von den Queen's Park Rangers und ist nach seiner Karriere bei der Frankfurter Eintracht nach Oserre gewechselt. Von Oserre ging es 1998 zurück nach 1860 München, aha, 1998 bis 2002, wie gesagt, 1860 München. Dann ging es nach Japan, später zu Wackertirol Innsbruck, dann zu den Newcastle Jets, zurück nach Europa, zu Helmandsport, dann nochmal ein kleiner Abstecher nach Tiflis, zu Dynamo und dann Karriereende. Es ist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, auch jemand, der aktuell relativ erfolglos einen YouTube-Kanal hat. Nein, ich rede nicht über Basti, nein, Spaß, er ist erfolgreich tatsächlich. Es ist jemand, und ich sage euch jetzt die Position, wo er davor herkam, nur dass ihr es ja so mal mitbekommt, und wie gesagt, er kam ja von den Queen's Park Rangers zu Eintracht, vor den Queen's Park Rangers hat er beim BVB gespielt. Das ist wahrscheinlich die Zeit, in der man ihn am besten in Deutschland kannte, weil Eintracht war ja ein halbes Jahr, dann 1860, das war ein bisschen längere Zeit. Wenn ihr aufgepasst habt, ist euch aufgefallen, dass ich jetzt genau einen Spieler genommen habe, der im Kader von 1860 war, als wir eben bei 1860 gesprochen haben. Ja, 1998 bis 2002, da war ich auch noch aufmerksam. Position, Marvin? Ja, sage ich euch sehr gerne, defensiver Mittelfeldspieler und Libero, er kommt nicht ursprünglich aus Deutschland, wie man wahrscheinlich schon gedacht hat, weil er so viel herumgereist ist, er ist Nationalspieler seines Landes gewesen, er ist jetzt 48, er trägt einen kurzen, prägnanten Namen, ich mag mich recht erinnern, oder ich hoffe mich richtig zu erinnern, dass er wenig Tore für die Frankfurter Eintracht geschossen hat, aber da war glaube ich irgendeins gegen Düsseldorf dabei, ich müsste mal nachschauen. Also es war auf jeden Fall so, dass er diese Hinserie, ja genau, er hat ein Tor geschossen, genau in 17 Spielen ein Tor für die Frankfurter Eintracht gemacht. Müsste ich mal nachgucken, gegen wen das ist, aber es ist jetzt auch schon so lange zurück. Genau, kommt ihr irgendwie drauf, soll ich euch weiterhelfen? Er kommt aus Australien. So, jetzt müsst ihr aber mal, jetzt müsst ihr aber mal hier Gas geben. Er kommt aus Australien. Wie viele Spiele aus Australien kennt ihr? Ich meine, es gibt ja auch nicht so viele, die mal bei der Eintracht waren. Wer hat den Namen bei Fußballer und Australien, der mir einfällt in Schoen-Taddee, aber das ist er nicht. Du meinst Cilic. Nee, das ist auch Südamerika, Südafrika. Ne, Cilic, oder? Schoen-Taddee kommt aus Südafrika, nicht aus Australien. Echt? Ja, Logo, ey, was ist los bei dir? Was hast du eben gerade gesagt? Cilic. Ja, Ned Cilic, vollkommen richtig. Ja, Ned Cilic ist der, ich habe ja auch genug Hilfe hier gegeben. Ja, 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 das war... Ja, ist natürlich der Spieler, den ich gesucht habe mit einer unglaublich kuriosen Karriere. Also irgendwie, er wirkt ja immer so ein bisschen sympathisch, guckt auch so ein bisschen skeptisch immer drein in den ganzen Spielerbildern, die er irgendwie gemacht hat. Interessant ist, dass er ja, wie gesagt, diesen YouTube-Kanal hat, ist jetzt auch eher so ein kleines Fußball-Kuriosum. Ja, ja. Aber das habe ich auch nicht mitbekommen, nee. Nee, nee, also der hat für einen australischen Sender, macht er YouTube-Videos, er hat einen Twitter-Kanal, der ist auch gar nicht so unfassbar erfolgreich. Aber gut, immerhin für den ehemaligen Fußballspieler 22.000. Er ist so ein bisschen mittlerweile Boulevard-Journalist, muss man sagen, Boulevard-Fußball-Journalist. Also er greift die offensichtlichen interessanten Themen und bläht sie dann so ein bisschen auf. Aber ich glaube, seine Expertise ist oft noch erwünscht in Australien, aber er ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, er ist so ein bisschen der Mario Basler des australischen, der ist australischen Fußball-Berichterstattung. Und das kann man jetzt bewerten, wie man will. Ja, aber der hat seine Hauptzeit ja eigentlich dann doch in der Bundesliga verbracht, als du so aufgezählt hast, ne? Ja, seine Hauptzeit definitiv, aber es war trotzdem irgendwie eine kuriose Karriere. Natürlich im Endeffekt vier Jahre dann bei 1860 gewesen, da nochmal so ein bisschen seinen zweiten Frühling gehabt. Aber ich würde halt nicht sagen, dass er, also ich meine, er war relativ erfolgreich dafür, weil er ja so lange in der Bundesliga war und auch im Profifußball gespielt hat. Ob das heute, die Übersetzung heute so funktionieren würde, naja. Ja, ich finde es aber auf jeden Fall interessant, dass er sich dann echt nochmal einiges mitgenommen hat, sei es in Japan, nach Österreich gewechselt und dann sogar nochmal nach Georgien. Also er ist viel rumgekommen. Das ist echt strange, ja. Ja, aber irgendwie, ich fand den irgendwie ganz cool. Ich habe irgendwie gedacht damals, als er zu Eintracht kam, oh, geile Nummer. Ey, wir haben uns aber jetzt mal einen geleistet hier von den Queen's Park Rangers. Aber du weißt doch mal, wie ein Wintertransfers sind immer schwierig. Ja, aber ich habe dann echt gedacht so, oh ja, der hat ja beim BVB gespielt, das war ein guter Typ und so. Und dann kommt er zu uns und dann denke ich, okay, er macht 17 Spiele, aber es rettet auch nicht so viel. Er hat aber auch Pech gehabt, er kam ja gerade in einer sehr, sehr schwierigen Zeit zur Eintracht. Ja. Insofern, naja. Das ist zwar, okay. Interessant, danke Marvin, auf jeden Fall. Sehr gerne. Tatsächlich muss man sagen, wenn man seine, wahrscheinlich ist seine Schwester erfolgreicher gewesen. Also die ist, vielleicht verdient sie nicht ganz so viel Geld, aber die ist weiterhin präsenter. Die ist nämlich Fernsehmoderatorin in Australien. Also im Endeffekt eine Familie, in der es beide geschafft haben, irgendwie im Showbiz zu landen, mehr oder weniger. Ja, hat aber bis auf die dunklen Haare nicht wirklich viel mit ihm gemeinsam, also jetzt nicht im Fußballbereich. Vielleicht besser so. Das Problem ist ja, der Name ist ja kaum auszusprechen, er heißt ja, glaube ich, Nediljelkio oder so ähnlich. Ich kann es natürlich überhaupt nicht aussprechen, deshalb sind wir alle froh, dass wir ihn Ned nennen dürfen. Ja, Nedjelko. Ich glaube Nedjelko, aber da mögen nicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwie mal verbessern. Die Lucy Selic, also seine Schwester, hat es wesentlich besser auszusprechen. Interessant ist, dass sie sich aber schon so ein bisschen ein Beispiel an ihrem Bruder nicht doch genommen hat, weil sie war dann wenigstens auch Host für die A-League, also die australische Liga und hat da auch ein bisschen moderiert. Also war vielleicht für sie so ein Einstieg auch wahrscheinlich tatsächlich der Name. Mit 40 Länderspielen ist halt Ned Selic, bist du dann schon eine Nummer tatsächlich. Auf jeden Fall. Naja, genau, so ist es. Also liebe Leute, schaut mal rein, Nedjelko Selic hat, wie gesagt, einen lustigen YouTube-Kanal. Ihr müsst mal reingucken, das ist von diesem Sender halt der Kanal. Ich kenne jetzt den nicht so auswendig. Warte mal, gucken wir mal. Warte mal, komm, wir gucken. Willkommen. Ned Selic, das kann man auch hier, der Google ist, das freut mich selber. Aber Ned Selic, gucken wir mal. Mr. Ned Selic tatsächlich, war das das? Ja, ich weiß nicht, aber nee, das ist, ich glaube, nee, die Sache ist, nee, ich glaube, das ist es nicht. Die Sache ist, es gibt halt so, es gibt halt so, Leute machen sich so ein bisschen lustig halt auch über ihn, ne? Und deswegen gibt's so Best of Selic gibt's beispielsweise, es hat 90.000 Abrufe, das Video. Und das ist schon neun Jahre alt. Und er macht Videos für Optus Sport tatsächlich. Optus Sport, ja, habe ich auch gerade gefunden. Ja, wie gesagt, ist auch ein Kanal, der ganz okay läuft, natürlich mit vielen Unterschieden. Aber gut, mehr dazu demnächst. Aber Optus Sport ist ja so ein bisschen der Kanal, wo die Europa League läuft dort und auch die Premier League gezeigt wird. Also insofern, er hat auf jeden Fall einen guten Job gefunden. Ich freue mich für ihn. Ich gucke mir jetzt noch manchmal an, allein aus Kuriositätsgründen. Sehr gut. Spannend. Ja, vielen Dank für diesen spontanen Spieler, den du da ausgesucht hast. Sehr gerne. Ich hatte den Namen Selic gehört und habe gedacht, ich fühle mich gleich erinnert an diesen einmaligen Charakter. Und habe dann gedacht, okay, das muss ich irgendwie, das muss man irgendwie tun. Okay. Wir haben am Anfang nicht genug zwischen den Zeilen gehört und wären wir wahrscheinlich schneller drauf gekommen. Aber natürlich, ja, sehr gut, Marvin. Nee, auf jeden Fall. Feine Sache. Wenn wir schon hier bei Leuten sind, die wir ganz cool finden, will ich auch noch mal was sagen. Und zwar, es passiert ja immer wieder, dass wir irgendwie angesprochen werden, weil Leute unsere Stimme kennen. Und das ist jetzt im Stadion auch wieder passiert. Und deswegen, der hat sich sehr bedankt dafür, dass wir das hier immer wieder machen und hört lange uns zu. Der Majid, vielen, vielen Grüße, mein Lieber. Wir haben uns in der 42 getroffen, dann in dem Stehblockbereich, weil ich ja dann mit Lossi mitgegangen bin. Majid, vielen, vielen Dank. Schön, dass du mich mal angesprochen hast und dass du dich für das Format bedankt hast. Wir bedanken uns bei dir, dass du immer wieder zuschaltest, zuhörst. Du bist ein junger Dachs, ich glaube, der war erst 18, 19 oder so. Auf jeden Fall ein junger, cooler Typ. Vielen Dank, mein Lieber. Und ja, bleib uns treu, das ist alles, was ich dir sagen kann. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann stoßen wir gerne auf ein Bierchen drauf an. Das ist stellvertretend, glaube ich, der Dank für all unsere Hörer und Hörerinnen, die uns hier regelmäßig unterstützen, Feedback geben, auch hier gerade wieder so fleißig im Chat unterwegs sind und uns Woche für Woche hören und dafür sorgen, dass es dieses Format, und jetzt haltet euch fest, nächste Woche tatsächlich 10 Jahre gibt. Wir feiern nächste Woche unser 10-jähriges Geburtstag. Crazy. Ja, das ist echt verrückt, ne? Hätte am Anfang keiner gedacht. Ich war allen voran schon mal erst gar nicht. Na gut, du hättest uns aber auch 10 Jahre. Du hättest auch nicht 10 Jahre allein geredet. Ich hätte denke, du hättest nicht 10 Jahre alleine geredet. Das ist richtig. Aber muss ich ja glücklicherweise auch nicht, weil es euch verrückte Menschen gibt, die Woche für Woche mit mir hier über Fußball reden und mich aufklären, dass schon dann die dann doch kein Australier ist. Nee, aber schön, dass wir das wenigstens tun können. Ja, das ist das hier. Australien oder Südafrika, Hauptsache Ostkontinent. Ja, genau. Hauptsache Südschweden. Wir kommen halt wenigstens unserem Bildungsauftrag hier noch nach. Ja, das ist hoffentlich kein allzu großer Bildungsauftrag, muss ich tatsächlich sagen. Ja, das schauen wir mal. Wir kommen nämlich jetzt zu dem ganz klaren Umweltbildungsauftrag. Wir hatten es ja letzte Woche versprochen. Der Herr Dennis hat diese Woche wieder einen Umwelt-Tipp für uns. Er sagte im Vorhinein, das ist vielleicht schon ein bisschen Umwelt-Tipp. Wir werden ihn jetzt an seinen Taten und an seinen Aussagen messen. Dennis, was ist der Umwelt-Tipp der Woche? Oha, oha, oha. Kein Intro, kein Intro, René. Wir haben noch kein Intro für Umwelt-Tipps. Oder möchtest du den Empfehlungs-Jingle an dieser Stelle? Komm, wenn wir mal einen Jingle machen, wir machen ja so Umwelt-Tipps, Umwelt-Tipps, Umwelt-Tipps mit Dennis. Okay, alles klar. Sehr geil. Sehr großartig. Das hat mir, Marvin, das ist natürlich, jetzt hätte ich mir noch ein bisschen mehr, nicht Mühe geben, ist hier der falsche Ausdruck, sondern noch ein größeres Thema aussuchen müssen, wenn das schon so schön angejingelt wird. Nein, tatsächlich ist es diese Woche, es ist tatsächlich halb Umwelt, halb Spar-Tipp für natürlich auch eine gewisse Randgruppe, muss man dazu sagen. Aha. 5%-Besteuerung. Es ist aber natürlich immer für mich gut, wenn beispielsweise du deine 40 Kilometer zur Arbeit rein elektrisch, auch wenn man jetzt sagen kann, Elektroautos, Batterien, ist das wirklich so viel besser. Aber es gibt viele Leute tatsächlich hier auch auf dem Land, die ihre eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, ihren eigenen Strom produzieren, den dann nutzen, 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück, also wirklich alles rein elektrisch fahren können. Die profitieren eben davon, dass es seit dem 1. Januar 2019 diese 0,5%-Regelung gibt. Heißt, für alle, die einen Fahrzeug nutzen, der zum einen mindestens ein Plug-in-Hybrid ist oder ein Voll-Elektro ist. Das Mild-Hybrid funktioniert leider nicht. Für alle, die da mehr drüber wissen wollen, sollen einfach mal Bescheid sagen, kann man gerne noch weiter ausführen. Das Auto muss, darf nicht mehr als 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen oder die rein elektrische Reichweite muss mindestens 40 Kilometer haben. Das sind so Randzahlen, die einfach die Leute im Hinterkopf haben müssen. Dann haben die die Möglichkeit, zum einen eben diese generelle 1%-Regelung zu halbieren und natürlich auch die ansonsten üblichen, ja, ich sag mal, die einfache Fahrtstrecke zur Arbeit hin, musst du ja auch mit 0,03% dann pro Kilometer berechnen, die wird auch halbiert. Das heißt, hier sind viele Möglichkeiten, ordentlich Geld im Jahr zu sparen und noch was Gutes für die Umwelt zu tun. Wenn ihr also beispielsweise einen Anbieter habt, der Ökostrom euch zur Verfügung stellt, ihr ohnehin vielleicht gesagt habt, das nächste Auto steht an, sprecht mal mit euren Fuhrparkchefs, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, hier einen Plug-in-Hybriden oder ein Elektroauto zu nehmen. Und so haben alle was davon. Ihr verpestet nicht so die Umwelt, zumindest nicht in eurer regionalen Umgebung. Ihr habt den großen Vorteil, dass ein Elektroauto wirklich Spaß macht. Also wer schon mal Elektroauto gefahren ist, das ist wirklich eine geile Sache. Und ihr habt tatsächlich noch den Vorteil, dass ihr nur 0,5% vom Listenpreis am Ende abdrücken müsst und auch eben bei dem Weg zur Arbeit hin diese Halbierung von den 0,03 auf die 0,015% habt. Ansonsten, wie gesagt, sprecht mal mit eurem Steuerberater, guckt euch, lest euch selbst gerne in die Materie. Ist jetzt erstmal, glaube ich, auf drei Jahre begrenzt oder so. Ich glaube 2021 im Dezember könnte sich da wieder was ändern. Jetzt ist das eben so eine Offensive. Wir fördern E-Autos. Heute kam ja auch raus, die E-Auto-Prämie ist jetzt 6.000 Euro statt 4.000 Euro. Also es sind so ein paar Optionen, wo man einfach sagen kann, man kann von Elektroauto halten, was man will, man kann von Batterien halten, was man will. Es ist definitiv, wenn aber jemand überlegt, kaufe ich meinen, bekomme ich meinen nächsten Firmenwagen. Und bevor es irgendeine Dreckschleuder ist, die nicht mal dann diese Möglichkeit hier bietet, sollte man vielleicht da überlegen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Genau, und wenn euer Steuerberater nicht wisst, was ein Firmenwagen ist, Dennis hat es gerade eben auch da nochmal erklärt, um dem Bildungsauftrag nachzukommen, das ist dann, wenn die Firma euch den Wagen zur Verfügung stellt. Das ist häufig so, ja. Nein, deshalb. Also vielleicht etwas nur für eine etwas andere Randgruppe, dementsprechend gerne demnächst wieder für die breite Masse. Aber das hatte mich gerade vor kurzem jetzt erst beschäftigt, dementsprechend dachte ich. Ich habe gerade ein wunderschönes Rechenbeispiel dazu gefunden, dann nimmt man natürlich auch das wahrscheinlichste Elektroauto, was es gibt, nämlich den Jaguar I-Pace. Mit einem Bruttolistenpreis von 90.000 Euro. Ja, da kannst du richtig Geld sparen, mein Freund. Genau, Steuersparnis pro Monat 160 Euro. Als wenn einen, der irgendwie einen 90.000 Euro Listenpreis für so ein Elektroauto hinlegt, ob einen da jetzt 160 Euro Ersparnis irgendwie interessieren oder nicht. Halt, halt, halt. Die Firma muss ja die 90.000 hinlegen, beziehungsweise liest die Fahrzeuge eh. Dementsprechend sprecht mit eurem Fuhrparkleiter oder Chef. Ob er ein Jaguar I-Pace für 90.000 Euro als für ein Wagen. Beispielsweise, beispielsweise, genau. Na gut. Großartig. Ja. Gut. Hervorragend. Umwelttipps, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Mit Dennis Deluxe-Edition. Großartig. Muss ich mir gleich aufschreiben. Jingle rausschneiden. Irgendwas Gescheites drunter schneiden. Das war perfekt. So, denn hier, Marvin, das war echt perfekt. Läuft. Nein, klasse. Aber ihr habt vielleicht auch noch irgendwelche... Also an diesen Umwelttipp komme ich im Lebtag nicht ran und empfehlungstechnisch habe ich leider momentan auch nichts, weil ich diese Woche und die letzte Woche wegen Arbeit irgendwie nicht wirklich viel gekommen bin. Von daher kann ich da jetzt noch nicht wirklich was empfehlen. Nö, alles gut. Nächste Woche wieder. Nächste Woche wieder. Genau, wir haben auch noch zwei Themen hier währenddessen reingereicht bekommen. Die verschieben wir jetzt auch mal auf nächste Woche, wenn wir vielleicht auch die anderen noch mit dabei haben. Da geht es nämlich einmal um das Thema Zusammenschluss der SGE mit dem ersten FSC Frankfurt. Ja, Chancentot, vielen Dank, dass du uns gefragt hast. Ich finde es auf jeden Fall ein gutes Thema. Tatsächlich, es ist aber etwas, was wir vielleicht sogar auch mal in der eigenen Sendung irgendwie so abhandeln können. Ich bin auch jetzt nochmal genau über die Besetzung gespannt. Was kommt da genau bei rum? Wie sieht jetzt der Kader aus und so weiter und so fort? Da müssen wir uns auf jeden Fall nochmal informieren, weil ich glaube, auch da ist es halt wichtig, dass wir nicht einfach so hinausplappern, sondern uns da nochmal ein bisschen genauer informieren. Und dann wäre es smart, weil das Thema beschäftigt uns schon. Das hatten wir auch schon länger auf der Agenda, aber wir wollen es halt dementsprechend abfangen, damit wir auch noch, und da würden wir wahrscheinlich auch mit der Franzi oder vielleicht jemand anderem, der sich mit dem FFC noch besser auskennt, vielleicht nochmal intensiver sprechen. Ich glaube, dann könnte es eine runde Sache werden. Danke dir für den Input. Ja, das auf jeden Fall. Und der Lethal Suspect hat uns noch die Frage reingereicht nach unserer Meinung zum Stadionkonzept. Da haben wir zwar schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube auch, das könnte nochmal so ein etwas längerer Take sein, wenn jetzt auch das ein oder andere da noch bekannt wird. Ja, gerne. Da gibt es ja noch so ein paar Aspekte, die wir beim letzten Mal nicht besprochen haben. Ich würde auch gerne nochmal mit euch da über diese Thematik, mit diesem bargeldlosen Bezahlen sprechen. Gerne. Da habe ich nämlich auch noch so eine Meinung dazu, aber das könnte auch noch ein etwas längerer Take sein. Also von daher, wir schreiben es bei uns mal auf die Liste und schieben das mal einfach in die kommenden Wochen. Einen Punkt habe ich noch, und zwar zu meinem Umweltspartipp. Eine Alternative wäre natürlich, Fahrtenbuch zu führen, aber das will ich jetzt hier mal ausschließen, weil da hat er keine Lust dran. Ja, schön, ja klar. Logisch. Entschuldigung, wollte ich nur nochmal ganz kurz erwähnt haben. Gut. Also wer mehr wissen möchte zur Versteuerung von Firmenwagen, das sind übrigens die Autos, die er von der Firma zur Verfügung gestellt bekommt, der wendet sich vertrauensvoll an den. Also ich merke schon, irgendwann gibt es einen Eintracht-Podcast Wirtschafts- und Ökologie-Sweik. Ja, irgendwie sowas. Ja, gerne, gerne, gerne. Machen wir dann unter der Leitung. Und wer darauf Lust hat, bitte, genau. Ja, dann lasst ihr mich mal außen vor, ich kenne mich nicht so aus. Hab kein Auto. Ja gut, also. Ronna, macht einen E-Scooter-Podcast. Schauen wir mal. Auch cool. Schauen wir mal. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es auch für diese Woche jetzt hier wieder vollbracht und haben viel über die Eintracht gesprochen, über künftige Pokalfinals, über Umwelt-Tipps und über unsympathische Menschen wie Davy Selke. Grüße. Wir bedanken uns fürs Einschalten und fürs Zuhören und melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. 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 Hey, hey, es kann auch human von Yeah, hey, hey Es kann auch human von Hey, 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 hey